Ja, vielen herzlichen Dank für die einleitenden Worte und danke für die Hartnäckigkeit, dass diese Veranstaltung also trotzdem stattfindet, auch wenn irgendwelche Autonomen das nicht hören wollen, zumindest nicht in ihren eigenen Gefilden hören wollen. Vielleicht ist der ein oder andere ja doch da und hört sich das noch an und möchte sich dann doch kritisch darüber auseinandersetzen. Wie ich gerade mit dem Zug von Wien die lange Strecke hierher gefahren bin, habe ich noch mal einen Blick auf den Ankündigungstext für heute geworfen und bin zugegebenermaßen ein bisschen erschrocken, weil ich mir gedacht habe, wenn ich das wirklich alles behandeln soll, was ich selber in diesen Ankündigungstext reingeschrieben habe, dann müsste ich eigentlich fünf Vorträge halten. Es soll also sowohl um unterschiedliche Arten des Antiimperialismus gehen, dabei werden wir merken, dass man genau genommen nicht nur von zweierlei Antiimperialismus, sondern mindestens von dreierlei reden muss, weil es ja nicht nur den eben schon erwähnten linken und den dschihadistischen gibt, sondern auch noch einen dezidiert rechten bzw. rechtsradikalen Antiimperialismus. Ich hoffe, auch das werde ich kurz zumindest erwähnen können. Dann ist da aber auch noch unter anderem davon die Rede, dass darüber geredet werden soll, wie vor dem Hintergrund einer Kritik einer kapitalakkumulierenden Gesellschaft nun eine Solidarität mit Israel begründet werden kann und es soll über die unmittelbare Bedrohung Israels durch das iranische Nuklearwaffenprogramm geredet werden und es soll darüber gesprochen werden, steht alles im Ankündigungstext, was eigentlich die deutsche Iran-Politik mit dieser unmittelbaren Bedrohungssituation zu tun hat und wie man dagegen vielleicht sogar etwas noch unternehmen könnte. Also was tun eigentlich, die beliebte Frage. Sie sehen also, das ist eigentlich ein Mammutprogramm und dementsprechend, ich werde tatsächlich versuchen zu all diesen Punkten zumindest etwas zu sagen, aber dementsprechend wird das natürlich so sein, dass ich viele Punkte nicht wirklich ausführen kann, nicht groß herleiten und entwickeln kann, sondern vieles wirklich nur anreißen werde und teilweise wirklich nur stichwortartig illustrieren, bebildern kann, worum es mir dabei eigentlich geht. Ich werde versuchen nur ganz entgegen meiner Gewohnheit knapp eine Stunde zu reden und dann werden wir noch genügend Zeit für eine Diskussion und insbesondere für Nachfragen haben. Da können wir dann sehen, wo Ihrer oder eurerseits einfach weitergehendes Interesse besteht. Und ansonsten, es wurden die diversen Bücher ja schon erwähnt, alles was weder im Vortrag noch in der Diskussion beantwortet werden kann, wird hoffentlich in diesen Sammelbänden ausführlich und mit großen Fußnotenapparaten beantwortet. Diese Bücher, um den Werbeblock gleich vorwegzunehmen, gibt es heute nicht nur zu erwerben, sondern gibt es auch deutlich günstiger zu erwerben, also mit 30 Prozent Rabatt. Wenn Sie das also interessiert, schlagen Sie zu. So viel zur Vorrede. Ich werde das relativ frei halten, was ich hier vortragen möchte und hoffe, dass das nicht allzu sprunghaft ist. Aber wie gesagt, wenn ich wirklich zu all diesen Punkten was sagen soll, werde ich manchmal so ein wenig hin und her sprengen. Ich habe mir gedacht, als Einstieg versuche ich einmal, an einem vermutlich hier nicht besonders bekannteren Beispiel zu illustrieren, was Antiimperialismus so anrichten kann. Und nachdem es ja um Israel und Israel Solidarität gehen soll, habe ich mir gedacht, ich versuche das an der israelischen Kommunistischen Partei, beziehungsweise ihrer Vorgängerorganisation, die unter dem Titel Palästinensische Kommunistische Partei schon lange vor der israelischen Staatsgründung 1948 also existiert hat. Und ich glaube, das ist deswegen sinnvoll, weil man dann gleich auch einen Einstieg prinzipiell in die Diskussion über Israel, über den Zionismus, über den Nahen Osten hat. Denn eine der Grundfragen in solchen Diskussionen ist ja immer, also wenn Sie auch so akademische Diskussionen über den Nahen Osten und über Israel, über den Zionismus mitbekommen, eine der zentralen Fragen ist dabei immer, ist der Antisemitismus eigentlich ein Resultat der israelischen Staatsgründung, wie in der Regel die Feinde und die sogenannten Kritiker des israelischen Staates behaupten, also die immer so in den Raum stellen, ja vorher hätten dort alle Leute irgendwie Friede, Freude, Eierkuchen zusammengelebt, es wäre ein harmonisches Zusammenleben von Juden, Moslems und Christen gesegnet und wie dann die bösen Zionisten kamen und den Staat Israel gegründet haben, dann hätte das in gewisser Weise verständlicherweise zu einem Antisemitismus geführt oder aber ist es nicht so rum, dass der Antisemitismus in den arabischen und islamischen Gesellschaften einer der zentralen Gründe überhaupt dafür ist, dass der sogenannte Ostkonflikt, also die Konfrontation der jüdischen Nationalbewegung mit den arabischen Nationalbewegungen, dass der so ausgeschaut hat, weil es eben diesen Antisemitismus in den arabischen und islamischen Gesellschaften gegeben hat und das kann man wie gesagt damit, also das Zweite, das wofür ich natürlich argumentieren möchte, richtig ist, das kann man gut daran sehen, wenn man sich die Situation im palästinensischen Mandatsgebiet vor der israelischen Staatsgründung anguckt und das quasi durch die Brille sich ein bisschen anguckt, wie die palästinensische kommunistische Partei das beurteilt hat. Ich will das an zwei historischen Ereignissen versuchen darzustellen. Das sind Dinge, die im Nahen Osten jeder kennt, also sowohl auf arabischer als auch auf jüdischer Seite, aber die, glaube ich, in deutschsprachiger Ostdiskussion nicht besonders bekannt sind. Es ist eben schlicht und einfach falsch zu behaupten, dass vor der israelischen Staatsgründung in dieser Region Juden und Araber in einem friedlichen Miteinander gelebt hätten und der Antisemitismus erst quasi durch die israelische Staatsgründung zustande gekommen sei. Das sieht man sehr deutlich an einem wichtigen Ereignis, das bereits im Jahr 1929 stattgefunden hat. 1929 fanden im palästinensischen Mandatsgebiet anti-jüdische Pogrome statt. Es gab geradezu eine Hetzmeute, die damals vom Mufti von Jerusalem, also einem deklarierten Vernichtungsantisemiten, der dann innerhalb kürzester Zeit zum Führer der palästinensischen Nationalbewegung wurde. Also das war nicht irgendeine Einzelfigur, sondern das war die zentrale Figur auf der palästinensisch-arabischen Seite. Der hat diese Leute aufgehetzt, die haben sich natürlich auch aufhetzen lassen und das hat zu mehreren Tagen von pogromartigen Übergriffen geführt, denen zum Beispiel fast die komplette jüdische Gemeinde in Hebron und in einer Stadt wie Fad zum Opfer gefallen sind. Erwähnenswert ist durchaus noch, dass diese jüdischen Gemeinden dort orthodox-religiöse Gemeinden waren, die aus ihrer Religiosität her antizionistisch eingestellt waren. Also das waren nicht-zionistische oder sogar antizionistische Juden, woran man ganz klar merkt, dass das natürlich irgendwie haarsträumender Unsinn wäre, wenn man jetzt behauptet, was so im sogenannten arabischen Narrativ oft gerne behauptet wird. Ja, auch das sei quasi schon ein legitimer Widerstand gegen irgendwie die zionistische Einwanderung gewesen. Das hat sich gar nicht in erster Linie gegen Zionisten, gegen Juden, die sich tatsächlich dem Zionismus verschrieben hatten, gerichtet, sondern das hat sich ganz deklariert gegen in Palästina lebende jüdische Familien gerichtet. Diese pogromartigen Zustände hat die Führung der palästinensischen Kommunistischen Partei, die zur damaligen Zeit fast durch die Bank nur von Juden und Juden gestellt wurde, auch wenn sie palästinensische Kommunistische Partei hieß, zunächst völlig richtig als das bezeichnet, was das war, nämlich als ein antijüdisches Pogrom. Was sehr verständlich war, weil die Führung der palästinensischen Kommunistischen Partei selber evakuiert werden musste, also in Sicherheit gebracht werden musste vor diesen arabischen Pogromisten. Also die haben das selber im unmittelbaren Leib miterlebt, was da passiert ist und es war ihnen sofort vollkommen klar durch dieses unmittelbare Erleben, das ist eine Wüste antisemitischer Pogrom-Hetzmasse, die dort auf die Straße geht. Das ist ein zutiefst reaktionärer Aufstand, wie die das in ihren Worten dargestellt haben und da muss man erstens was gegen machen, was dazu geführt hat, dass sie ihre eigenen bewaffneten Gruppierungen angewiesen haben, zusammen mit der Haganah, also der damaligen jüdischen Selbstverteidigungsorganisation, aus der später die israelische Armee geworden ist, dass sie aufgefordert wurden, also auch die bewaffneten kommunistischen Leute, die große Vorbehalte gegen die Haganah hatten, wurden aufgefordert, die jüdischen Viertel zu verteidigen gegen diese jüdischen Pogromisten. Und diese Einschätzung, dass also dort ein antijüdisches Pogrom stattfindet, hat die Palästinensische Kommunistische Partei auch der kommunistischen Weltbewegung mitgeteilt. Da gab es eine kommunistische Internationale, wo man in Kontakt stand, man hat Berichte nach Moskau geschickt und hat das also beschrieben. Und die Kommunistische Internationale hat schlicht und einfach beschlossen, dass das nicht stimmt, sondern dass das eine Fehlinterpretation der Palästinensischen Kommunistischen Partei ist und dass, wenn man das objektiv betrachtet, es sich um einen antiimperialistischen Aufstand handelt. Und unterwürftig, wie auch die Palästinensische Kommunistische Partei war, hat sie innerhalb weniger Tage diese Einschätzung übernommen. Und man kann das in den Zeitungen, in den Publikationen nachvollziehen, übrigens auch in der deutschsprachigen Kommunistischen Presse damals. Die Rote Fahne hier in Deutschland, also die Parteizeitung der KP, hat berichtet über diese Ereignisse und hat natürlich sofort die Vorgabe von Moskau übernommen und hat behauptet, dieser antisemitische Programm sei ein legitimer antiimperialistischer Aufstand, der selbstverständlich auch unterstützt werden müsste. Und mit dieser Einschätzung, also wo man an einem Beispiel sieht, was so eine antiimperialistische Weltsicht quasi anrichten kann, das wurde dann exemplarisch, wurde quasi paradigmatisch für die weitere Entwicklung. Diese Pogromme von 1929 waren nämlich nur der Auftakt für die weitere Entwicklung, die dann darin mündete, dass es von 1936 bis 1939 im palästinensischen Mandatsgebiet einen dreijährigen sogenannten arabischen Aufstand gab, der eigentlich, also da wird von arabischer Seite als Aufstand, als groß angelegte Widerstandsbewegung sowohl gegen die Zionisten als auch gegen die britische Kolonialmacht gesehen. Es war de facto ein dreijähriges andauerndes antijüdisches Pogrom. Es sind mehrere hundert Juden in diesem sogenannten anti-britischen, sogenannten antizionistischen Aufstand ermordet worden und dieser Aufstand fand in einer Koalition statt, die die gewisse Formel von antiimperialistischen Bündnissen, wie wir sie bis in die heutige Zeit kennen, bereits vorweggenommen hat. Dort war es nämlich so, dass die palästinensische kommunistische Partei nicht mehr drei Tage brauchte, um diese Interpretation, das würde sich hier um Antimperialismus handeln, zu übernehmen, sondern das war von Anfang an die Position der palästinensischen kommunistischen Partei und sie hat sich in eine Art Generalkommando dieses arabischen Aufstandes begeben, der wie gesagt ein antijüdisches Pogrom war und hat dort ganz offen mit dem Mufti von Jerusalem zusammengearbeitet, der mittlerweile der unumstrittene Führer der palästinensischen Nationalbewegung war. Und dieser Mufti von Jerusalem, habe ich vorhin schon gesagt, war nichts anderes als ein deklarierter Vernichtungsantisemit, der später ganz offen mit den Nazis zusammengearbeitet hat, auch nach Deutschland gefahren ist, zur Zeit des Nationalsozialismus, später muslimische SS-Divisionen im Bosi mit aufgestellt hat, unmittelbar dafür verantwortlich war, dass gewisse jüdische Kindertransporte nicht nach Palästina gelangt sind, sondern in die Vernichtungslager umgeleitet wurden und so weiter und so fort. Nach 1945 sollte er in Nürnberg mit als Kriegsverbrecher angeklagt werden, also die Alliierten wussten ganz genau, mit wem sie es da zu tun haben, das kam dann leider nicht zustande. Unter der Führung dieses Mufti stand also dieser Aufstand und an diesem Aufstand haben sich alle maßgeblichen Teile der arabischen Bevölkerung beteiligt und von jüdischer Seite haben sich die linken Antiimperialisten daran beteiligt. Dieser Aufstand wurde von den deutschen Nationalsozialisten und den italienischen Faschisten mitfinanziert und all das hat aber die Palästinensische Kommunistische Partei, also die sich die Fahne der Revolution von Karl Marx ja eigentlich irgendwie auf die Fahnen geschrieben hatten, nicht daran gehindert, sich daran unmittelbar zu beteiligen und dort mitzumischen und das eigentlich einzige Argument, was sie dafür hatten, war, es handelt sich objektiv gesehen um einen antiimperialistischen Aufstand. Diese wirklich grauenhafte Geschichte der Palästinensischen Kommunistischen Partei setzt sich eigentlich immer so weiter fort, das ging dann, ich kürze das jetzt ein bisschen ab, das ging dann so weit, dass man selbst noch im Zweiten Weltkrieg anfänglich, als noch nicht auch Krieg gegen die Sowjetunion geführt wurde, man weiterhin gegen die Briten agitiert hat, weil man gesagt hat, die Briten sind hier unsere Kolonialmacht und gegen die muss man eigentlich kämpfen, das sind die Imperialisten, außerdem gab es ja dann den Hitler-Stalin-Pakt und deswegen durfte man eh nichts gegen die Nazis machen, es gab Mitglieder der Palästinensischen Kommunistischen Partei, die in Haifa am Hafen Flugblätter gegen jüdische Flüchtlinge aus Deutschland verteilt haben und in allen Ernstes erklärt haben, sie sollen gefälligst wieder nach Deutschland zurückgehen und dort gegen die Bourgeoisie kämpfen, anstatt irgendwie nach Palästina auszuwandern. Also das ist, die Geschichte des Stalinismus ist schlimm genug, aber wenn man sich dann die Geschichte des stalinistischen Antimperialismus im Mandatsgebiet Palästina anguckt, kommen noch mal ein paar niederschmetternde Details dazu, denke ich. Das aber wie gesagt nur als Einstieg, um an einem Beispiel, was unmittelbar aber bereits mit Israel, mit der Vorgeschichte der israelischen Staatsbindung zu tun hat, deutlich zu machen, wozu so ein Antimperialismus führen kann. Ich komme nun gleich bereits zu Kritikern, zu sehr frühen Kritikern dieses antiimperialistischen Weltbildes und diese wähle ich auch nicht zufällig, sondern das sind Leute, die auch in jeglicher anderer Hinsicht ausgesprochen wichtig sind und die vor allem eine sehr frühe linke pro-israelische Position formuliert haben, nämlich die kritischen Theoretiker Max Horkheimer und Theodor W. Adorno. Über die wird gerne behauptet, unter anderem leider von dem israelischen Soziologen und Historiker Moshe Zuckermann, dass die Gedanken dieser kritischen Theoretiker, also der Vordenker der sogenannten Frankfurter Schule, also der zentralen Autoren dieser sogenannten Frankfurter Schule, dass deren Überlegungen zu allgemeiner Gesellschaftskritik, zu einer Kritik einer gesellschaftlichen Totalität, die durch Kapitalverwertung und staatlicher Herrschaft geprägt ist, dominiert ist, dass sich deren Überlegungen vollkommen im Gegensatz zur Idee des Zionismus stehen würden und dass sie sich dementsprechend auch so geäußert hätten. Und das ist schlicht und einfach falsch. Es gibt sowohl von Adorno als auch von Horkheimer, als auch von anderen Leuten wie Marcuse oder Leo Löwenthal, ein vielleicht weniger bekannter Vertreter dieser kritischen Theorie, ganz dezidierte pro-israelische Äußerungen. Um die geht es mir jetzt aber gar nicht so sehr, sondern es ist sehr bemerkenswert, dass es insbesondere von Max Horkheimer bereits aus den 60er Jahren, wie ich denke, sehr hellsichtige Äußerungen, eine sehr hellsichtige Kritik an dem damals vorherrschenden linken Antiimperialismus gegeben hat. Und das will ich gern kurz ein wenig genauer darstellen. Bereits 1960 in einem Brief von Max Horkheimer findet man eine Formulierung, die eigentlich dieses antiimperialistische Weltbild, diese antiimperialistischen Vorstellungen in einem einzigen Satz in Grund und Boden kritisiert, wenn Max Horkheimer sagt, die Souveränität eines Landes ist etwas anderes als die Freiheit derer, die in ihm leben. Und ich denke, das bringt das wirklich sehr gut auf den Punkt, weil wenn man sich die ganzen späteren Antiimperialisten anschaut, sieht man, dass sie sich wirklich keine Sekunde für die Freiheit der in den jeweiligen Ländern lebenden Menschen, Individuen interessiert haben, sondern dass sie sich halt wirklich in erster Linie für die Souveränität eingesetzt haben von Ländern, was dann bekanntlich bis zu so Sachen geführt hat, dass man irgendwie die Souveränität von Uganda unter Idi Amin verteidigt hat oder die Souveränität von Kambodscha unter so einem Massenmörder wie Pol Pot, auf die ich beide nochmal zurückkommen werde. Insbesondere in Max Horkheimers Notizen finden sich immer wieder auch weitsichtige Ausführungen zu einem möglichen Bündnis zwischen einem deutsch dominierten Europa und den damals ja noch ganz offen auf die Vernichtung Israels abzielenden arabischen Staaten. Besonders deutlich hat er das in einer längeren Notiz aus dem Jahr 1960 bereits formuliert, wo er schreibt, das ist ein längeres Zitat, was ich aber ganz vorlesen möchte, um die Jahreswende 59-60 sind in sehr vielen westlichen oder zum Westen haltenden Ländern Synagogen und andere Gebäude mit pronationalistischen antisemitischen Losungen und Symbolen bedeckt worden. Ich habe eine Vorstellung vom Sinn der Aktion. Sie geht von Nasser, also Gamal Abdel Nasser, dem damaligen ägyptischen Präsidenten, quasi dem Führer der panarabischen Bewegung, die zentrale Figur des damaligen Antiimperialismus sozusagen. Sie geht von Nasser und seinen narzisstischen Beratern aus. Es sind ja haufenweise deutsche Nazis und österreichische Nazis natürlich auch nach 1945 in die arabischen Länder ausgewandert und haben gerade in Syrien und in Ägypten dann mehr oder weniger ihre alten Projekte fortgeführt. Sie geht von Nasser und seinen narzisstischen Beratern aus, hinter denen mutmaßlich auch manche Gruppe in Deutschland stehen. Trotz Wirtschaftswunder und Aufrüstung ist die Bundesrepublik allein zu schwach, um den Traum vom dritten Machtfaktor oder wenigstens des Züngleins an der Waage zu verwirklichen. Nicht wenige mächtige Männer mögen deshalb einen Sinn, ja ein Interesse an Nassas Ideen haben, das Feldgeschrei gegen Israel, das die arabischen Völker einigen sollte, auch auf weitere Nationen auszudehnen. Der Plan ist die starke, Russland wie Amerika gegenüber machtvolle dritte Gewalt darzustellen, einen faschistischen Block der Staaten der alten Welt mit den sogenannten unterentwickelten Völkern zusammenfasst. Ich zitiere das deswegen so ausführlich, weil ich denke, dass, wenn ich später dann versuchen werde, etwas zum Iran zu sagen und auch zur deutschen Iran-Politik und zu der Art und Weise, wie heute deutsche Politikwissenschaftler über dieses Verhältnis Deutschland zum Iran reden, dann wird man auf einige Punkte, die dort für die damalige Zeit sehr allgemein formuliert werden, gerade diese Vorstellung eines Bündnisses von einem deutsch dominierten Europa mit, wie es da noch heißt, den Orientalen, der orientalischen Welt, wird man in gewisser Weise Parallelen entdecken können. Auch jemand wie Adorno hat damals bereits ganz ähnliche Befürchtungen formuliert in einem seiner wahrscheinlich bekanntesten Texte, einem Text, der von den Studierenden in den 60er und 70er Jahren sehr ausführlich gelesen wurde, ohne dass die dort darin enthaltenen Warnungen vor so einem trikontinentalen, antiimperialistischen Rassentiment quasi, dass das ernst genommen worden wäre. Also man hat sich hier auf andere Sachen darin konzentriert in diesem Text und hat das, worauf ich hinaus möchte, gar nicht sonderlich ernst genommen. In diesem Text findet sich aber genauso eine Warnung, wenn Adorno schreibt, das faschistische Wunschbild heute verschmilzt ohne Frage mit dem Nationalismus der sogenannten unterentwickelten Länder. Ein Verständnis mit denen, die in der imperialistischen Konkurrenz sich zu kurz gekommen fühlten und selber an den Tisch wollen, drückte schon während des Krieges in den Slogans von den westlichen Plutokratien und den proletarischen Nationen sich aus. Und ein letztes Zitat, wieder von Horkheimer, wieder aus einem Brief von 1960, wo er sich nochmals zu der Zunahme von ganz offenen narzisstischen Manifestationen hier in der Bundesrepublik äußert. Das knüpft nochmal an an das Zitat von ihm von vorher. Entscheidend ist, dass die Angelegenheit nicht auf Deutschland beschränkt ist, vielmehr in ihr eine Mächtekonstellation sich ankündigt, deren Modell wiederum Herrn Nasser und die alten Nazis in Kairo bilden. Wenn der anti-israelische Slogan bei der Einigung der Araber seine Dienste tut, so soll der anti-jüdische ein Bündnis der unterentwickelten Orientalen mit anderen Teilen der Welt, die von den Angelsachsen wie den Kommunisten sich emanzipieren wollen, vorbereiten. In zukünftigen Krisen, die denen vom Ende der 20er Jahre gar nicht so unähnlich zu sein brauchten, könnte es geboren werden. Und übrigens bereits diese Feindbildbestimmung, ein Bündnis, das sich von den Angelsachsen und den Kommunisten emanzipieren möchte, wenn Sie jetzt Schriften von einem der wichtigsten Anti-Imperialisten des 20. Jahrhunderts hernehmen, nämlich Ruhollah Khomeini, also Ayatollah Khomeini, dem Führer der iranischen Revolution von 79, finden Sie dort genau diese Feindbildbestimmung. Khomeini wettert ganz ähnlich wie die Nationalsozialisten, natürlich unter völlig anderen historischen Bedingungen, unter anderen ökonomischen Situationen und so weiter und so fort, aber trotzdem von der Feindbildbestimmung her ganz ähnlich wie die Nationalsozialisten, sowohl gegen den Osten als auch gegen den Westen. Also sowohl gegen die liberalen Angelsachsen, einen liberalen Kapitalismus, der irgendwie von der Wolfsburg dominiert wird und hinter dem in Wirklichkeit natürlich irgendwie die jüdische Weltverschwörung steckt, in der Vorstellung von solchen Leuten, und gleichzeitig gegen den Osten, also gegen das, was Sie dann als kommunistisch wahrnehmen, was in Wirklichkeit eben dieser fürchterlich autoritäre Staatssozialismus und auch Staatskapitalismus in den Ostblockstaaten gewesen ist. Wenn man sich diese Zitate vergegenwärtig, denke ich, merkt man, wie in allen möglichen anderen Punkten auch, wie aktuell die kritische Theorie eigentlich ist. Max Horkheimer hat dieses unmenschliche Wesen des Antiimperialismus eben sehr früh erkannt. Deutschland hatte und hat mit seiner ganz spezifischen Variante eines antiwestlichen Antiimperialismus, also wie er sich auch im Nationalsozialismus artikuliert hat. Das ist ja, also gerade in so linken Faschismus-Theorien gab es immer diese eigentlich sehr merkwürdige, wirklich falsche Annahme, dass das ein klassischer Imperialismus sei, weil man halt erstmal halb Europa besetzt. Aber das war ja allein schon vom nationalsozialistischen Selbstverständnis durchaus was anderes. Sowas hat natürlich eine Rolle gespielt. Natürlich gab es so klassische Formen von imperialistischen Eroberungsfeldzügen im Nationalsozialismus, aber das war eigentlich nicht das Wesentliche. Das Wesentliche war vom Selbstverständnis her, dass man sich eben befreit, sowohl von den Kommunisten als auch von den Angelsachsen. Also das war gegen die Imperialisten gerichtet, dieses nationalsozialistische Selbstverständnis. Das war eine Form von einem antiwestlichen, ja sogar in einem gewissen Grunde antikapitalistischen Antiimperialismus, der sich dort artikuliert hat. Und mit dieser Form hat Deutschland eben einen antiwestlichen Antiimperialismus als eine Form nachholender Entwicklung etabliert. Eine Form von nachholender Entwicklung, die dann eben auch Modell gestanden ist. Also das ist eben nichts, was nur auf den Staat Deutschland reduziert, reduzierbar ist. Und das ist auch nichts, was nur auf die Zeit des deutschen Nationalsozialismus reduziert werden kann, sondern das ist etwas, was Modellcharakter gehabt hat. Was Modellcharakter gehabt hat, insbesondere für den trikontinentalen Antiimperialismus, mit dessen arabischen Ausprägungen ja auch das nationalsozialistische Deutschland bereits das Bündnis gesucht hat. Und ich habe den Mufti von Jerusalem gerade erwähnt, aber man könnte eine Reihe von anderen Beispielen auch noch anführen, dieses Bündnis ja auch bereits gefunden hat. Wenn man nun, wie ich denke, sehr gut begründet, viele böse Sachen und viele über den Antiimperialismus sagt und damit natürlich auch über den Antikolonialismus, denke ich, dass man allerdings trotzdem eine gewisse Differenzierung vornehmen muss. Dass man sich in Erinnerung rufen muss, dass wenn man gerade über die 50er, 60er, auch noch 70er Jahre redet, also über die Jahrzehnte der Entkolonialisierung, die ja maßgeblich dann in den 50er und 60er Jahren in Afrika und dann auch in Asien stattgefunden hat, dass man da trotzdem nicht alles in einen Topf schmeißen kann und dass man zunächst also so eine Differenzierung vornehmen muss, denn man kann schlecht Leute wie Hu Chi Minh mit Leuten wie Paul Pott in einen Topf schmeißen. Man kann schlecht jemanden wie Fidel Castro mit so einem schlechter wie Idi Amin in einen Topf schmeißen. Es lohnt sich durchaus zumindest noch mal in Erinnerung zu rufen, dass dieser Antiimperialismus, also in seinem Selbstverständnis nach, in all diesen Ausprägungen irgendwie linke Antiimperialismus, dass diese antikolonialen Befreiungsbewegungen das eine Mal zur partiellen Emanzipation der Frauen, zur Alphabetisierung der Massen, zu einer gewissen sozialen Absicherung und mitunter auch zu so etwas wie einer allgemeinen humanistischen Gesinnung geführt haben, während ein anderes Mal, also wenn man so Figuren wie Idi Amin oder Paul Pott im Kopf hat, in Völkermord, Intellektuellen Verfolgung, Rassismus und ganz offenem Antisemitismus seine Erfüllung fand. Und ich denke, es lohnt sich ebenfalls, noch mal in Erinnerung zu rufen, dass es diese unterschiedlichen Ausprägungen historisch eben immer gegeben hat, nämlich einen quasi einen immer noch auf den roten Oktober von 1917 bezogenen linken Antiimperialismus, der sich auf die leninischen Vorstellungen von Imperialismus und Antiimperialismus bezogen hat, die so kritikwürdig sie selbstverständlich sind, eben nicht einfach das Gleiche sind wie irgendwelche islamisch-dschihadistischen Vorstellungen von der gleichen Sache. Und dass es deswegen auch gar kein Zufall ist, dass diese beiden Ausprägungen, also daher so ein bisschen auch der Titel zweierlei Antiimperialismus, dass diese beiden Ausprägungen, also eines sich selber als Linksverstehenden immer noch auf diesen Emanzipationsgedanken auch der russischen Revolution sich beziehenden Antiimperialismus, dass der mit der anderen Ausprägung, nämlich dieses dschihadistisch-islamischen Antisemitismus, für den Khomeini, aber eben auch eine Reihe von sunnitischen islamistischen Theoretikern wie Saeed Qutb und Hassan al-Banna stehen, dass die in einem blutigen Konflikt geraten sind, namentlich in Afghanistan. Also Afghanistan ist das Paradebeispiel sozusagen, wo diese beiden Ausprägungen von Antiimperialismus aufeinanderprallen und eben überhaupt kein Bündnis eingehen, sondern ganz im Gegenteil sich bis aufs Blut bekämpfen. Bei all seiner staatssozialistischen Borniertheit beinhaltete nämlich dieser traditionelle Antiimperialismus immer eben doch auch ein Element, zumindest der Befreiung, das in diesen trikontinentalen Entwicklungsdiktaturen, die sich an der Sowjetunion orientiert haben, zumindest Ansätze einer Befreiung, Ansätze einer emanzipativen Entwicklung hervorgebracht hat, eine emanzipative Entwicklung, gegen die sich wiederum dieser dschihadistische Antiimperialismus ganz explizit wendet. Also wenn ich vorhin zum Beispiel gesagt habe, partielle Emanzipation der Frauen. Natürlich war das etwas, was durch diesen eigentlich völlig zu Unrecht in Verruf geratenen Sozialimperialismus der Sowjetunion in Afghanistan zum Beispiel überhaupt erst ermöglicht wurde. Das war eine sehr gute Sache, dass das dort ermöglicht wurde. Und genau dagegen richtet sich dieser dschihadistisch-islamische Antiimperialismus. Also die sind sich erstmal überhaupt nicht einig. Wenn man das so betont, diese notwendige Differenzierung, ich glaube auch, die ist notwendig und man sollte eben nicht so vorschnell darüber hinweggehen, dass es diese Unterschiede natürlich gegeben hat, muss man aber trotzdem sagen, dass es immer schon einen Punkt gab, in dem sich diese beiden Ausprägungen vollkommen einig waren. Beide Ausprägungen haben fast von Beginn an ein Krieg gegen Israel geführt beziehungsweise ein Krieg gegen Israel unterstützt. Bei den islamisch-dschihadistischen Gruppierungen ist es, glaube ich, sowieso vollkommen klar. Das gehört schlicht und einfach nicht irgendwie als rhetorische Beigabe, sondern als ein zentrales Element zu diesem islamisch-dschihadistischen Antiimperialismus, dass man schlicht und einfach sagt, man wird nie irgendeine Form von jüdischem Staat im Nahen Osten oder sonst irgendwo auf der Welt akzeptieren und wird das mit allen Mitteln, die man zur Verfügung hat, bekämpfen. Aber es war innerhalb kürzester Zeit eben auch so, dass das die dominierende Position dieses sich an der Sowjetunion orientierenden Antiimperialismus gewesen ist, in all seinen Ausprägungen, sowohl in dieser staatlichen Form der RGW-Staaten, also des Warschauer Paktes, als auch in Form dieser ganzen sogenannten Befreiungsbewegungen, die sich auch in irgendeiner Art und Weise eben auf die Sowjetunion oder auch nur auf die Ideen des Roten Oktobers bezogen haben. Es war eine sehr kurze Phase, wo die Sowjetunion nach dem Zweiten Weltkrieg die Staatsgründung Israels mit unterstützt hat. Es gibt großartige Reden von Gromyko, der auch schon in den 40er und 50er Jahren eine wichtige Position hatte. Ich glaube, der war in den 80er Jahren immer noch Außenminister. Es gibt eine Rede von Gromyko vor der UNO. Das ist als wenn Abba Eban, also einer der späteren israelischen Außenminister, die ihm geschrieben hätte. Das ist ein leidenschaftliches, zionistisches Plädoyer in gewisser Weise, wo er argumentiert, dass aus der Erfahrung mit dem Nationalsozialismus und deren unglaublichen Verbrechen, die an den Juden begangen wurden, man jetzt nicht umhin könne, eine Gründung des Staates Israel im Nahen Osten zu unterstützen. Das war natürlich auch schlicht und einfach einem gewissen geopolitischen Kalkül geschuldet. Man wollte schlicht, also Stalin wollte schlicht und einfach den Einfluss des britischen Imperialismus, wie er das gesehen hat, im Nahen Osten zurückdrängen. Und man hoffte, dass so ein israelischer Staat, also man hoffte aus ganz guten Gründen, dass so ein israelischer Staat sich sehr weit links positionieren würde, weil die damals dominierenden Gruppierungen innerhalb der zionistischen Bewegung waren linkssozialdemokratisch bis linkssozialistisch, kann man eigentlich sagen. Das war aber, wie gesagt, nur eine sehr kurze Periode. Die war wichtig, weil dadurch es überhaupt erst möglich wurde, dass Israel mit einem UN-Beschluss und mit Unterstützung der beiden nach dem Zweiten Weltkrieg existierenden Supermächte USA und Sowjetunion gegründet werden konnte, was dann dazu geführt hat, dass in vielen Kibbutzim irgendwie Stalin bis 1953 noch irgendwie in den Küchen liegen. Das war insofern wichtig, weil das also dann durch beide Supermächte diese Staatsunion unterstützt wurde. Aber in der Sowjetunion ist das innerhalb kürzester Zeit gekippt und da hat die Sowjetunion nicht nur eine üble Hetze gegen Israel betrieben, sondern sie hat die ganzen nächsten Jahrzehnte mehr oder weniger offenen Krieg gegen Israel geführt. Und das vergisst man ganz gerne mal, wie wichtig das eigentlich gewesen ist. Sie haben sich sehr schnell dann auf die Seite von Nasser geschlagen und auch später dann von diesen batistischen Regimen, wie sie zum Beispiel im Irak und auch in Syrien existiert haben und diese Batisten in Syrien zum Beispiel, also der frühe Theoretiker von denen, Michel Aflac, ein großer Anti-Imperialist, der hat sich ganz offen auf Hitler und Mussolini bezogen. Also das sind gar keine Parallelen, die ich jetzt da irgendwie als fieser Ideologiekritiker aufmachen muss, sondern das sind Leute, die sich ganz selbstbewusst in diese europäische faschistische Tradition gestellt haben. Mit diesen Kräften ist die Sowjetunion um ein offenes Bündnis eingegangen und die Kriege, die die arabischen Staaten dann gegen Israel geführt haben, 67 und insbesondere 73, die wären ohne die massive militärische Unterstützung aus der Sowjetunion und auch übrigens aus anderen osteuropäischen Staaten gar nicht möglich gewesen. Am allerdeutlichsten wird das wie gesagt 1973, das in vielfacher Hinsicht ein ganz wichtiges Datum ist, auch wenn man darüber redet, wie sich dann Israel später eigentlich gegenüber den sogenannten anti-imperialistischen Befreiungsbewegungen verhalten hat, nämlich nicht besonders nett und freundlich, dann ist dieses Datum von 73, ist der Yom Kippur-Krieg von zentraler Bedeutung. Wenn sie nicht so vertraut sind damit, das war einer der großen Kriege, wo Israel angegriffen wurde, an Yom Kippur, an einem der höchsten, wichtigsten jüdischen Feiertage, wo in Israel einschließlich sämtlicher Soldaten überhaupt eigentlich nichts passiert, weil alle bei ihren Familien sind und nicht mal Radio hören, also die haben nicht mal die Einberufungsbefehle damit bekommen und in der Situation an diesem Tag wurde Israel von mehreren Seiten angegriffen und das sechs Jahre nach dem Sechstagekrieg, wo Israel einen großen, relativ überraschenden, man weiß heute, so überraschend war es gar nicht, einen relativ überraschenden Sieg über die arabischen Armeen erringen konnte und diese arabischen Armeen sind insbesondere von der Sowjetunion bis auf die Zähne wieder aufgebaut worden, bewaffnet worden. Im Yom Kippur-Krieg ging das so weit, dass auf ägyptischer Seite sowjetische Piloten mitgekämpft haben. Es gibt die Berichte, wie die israelischen Soldaten plötzlich Funkverkehr abfangen von den angreifenden MiGs und das ist nicht arabisch, sondern das ist russisch. Also die Rote Armee war unmittelbar beteiligt an dem Krieg gegen Israel, der natürlich unter der Parole stattfand, dass man den jüdischen Staat auslöschen wird, dass man die Bewohner dieses Staates ins Meer treiben wird, also dass man sie umbringen wird. Israel wurde in diesem Krieg eigentlich zum ersten Mal seit der Staatsbindung an den Rand einer Niederlage gedrängt und jeder wusste in Israel, was das bedeuten würde und ich will das gar nicht überdramatisieren, sondern das war das Bewusstsein, damals in Israel selber. Jeder wusste, das kann eine zweite Shoah, einen zweiten Holocaust bedeuten, wenn man diesen Krieg verliert. Es gab dann letzten Endes auch 8000 tote Israelis in diesem Krieg und wie gesagt, das war nicht nur die Sowjetunion, es war nicht nur die Rote Armee, die das unterstützt hat, es standen auch deutsche Kampfpiloten bereit, in Syrien nämlich, um diesen Krieg gegen Israel mitzuführen. Also wenige Jahrzehnte, nachdem Deutschland glücklicherweise wieder gerungen wurde und durch die geballte Militärmacht nur bekanntlich der Alliierten daran gehindert wurde, mit dem Massenmorden noch fortzuführen, wenige Jahrzehnte später standen deutsche Kampfpiloten, nämlich NVA-Soldaten, bereits in Syrien und haben nur noch auf ihren Einsatzbefehl gewartet, der dann aus wahrscheinlich eher militärtaktischen Gründen gar nicht gekommen ist. Sie standen bereit, um einen Krieg, einen Angriffskrieg gegen den jüdischen Staat zu führen. Diese drohende Niederlage, also es gibt heute die Berichte, wie dann die damalige Ministerpräsidentin Golda Meir im Sicherheitskabinett ihren Moshe Dayan, den Verteidigungsminister, fragt, wie es denn steht und der dann ganz offen sagt, es kann gut sein, dass wir diesen Krieg verlieren. Also es gab wirklich dieses Bewusstsein, dass das spitz auf Knopf steht, sozusagen, und nur durch eine massive Militärhilfe von der imperialistischen Supermacht, nämlich USA, die wahrscheinlich weltgrößte Luftbrücke eingerichtet haben, die es jemals gegeben hat und innerhalb weniger Tage Unmengen an Militärgeräten nach Israel geschafft hat. Nur dadurch war es möglich, dass Israel diesen Angriff überhaupt noch zurückschlagen konnte und es plötzlich gewendet hat und Israel diesen Krieg zum Glück dann doch noch gewonnen hat. Diese Militärhilfe übrigensens, um gleich auch mal was Schlechtes über die USA zu sagen, um da nicht missverstanden zu werden, die kam sehr viel später, als die Israelis das gefordert hatten und allerhöchst wahrscheinlich war es notwendig, dass die Israelis mit dem Einsatz ihrer allerhöchst wahrscheinlich existierenden Atombomben gedroht haben und zwar den Amis damit gedroht haben, also den Amerikanern klar machen mussten, entweder bringt ihr uns jetzt diese Waffen, die wir brauchen, um hier das Blatt nochmal wenden zu können oder wir sehen uns kurz vor einer Niederlage und ihr wisst, wenn wir kurz vor einer Niederlage stehen, haben wir eine Waffe, die wir eventuell einsetzen werden, weil wir werden es niemals wieder akzeptieren, dass wir quasi kampflos in den Untergang gehen. Die USA haben Israel also tagelang ausbluten lassen, weil sie aus verschiedenen Gründen gab es unglaubliche Spannungen, die Amerikaner waren schon nicht zufrieden mit dem 67er-Krieg, die Israelis gemacht haben. Die Israelis waren nicht bereit, sich den Planungen quasi der US-amerikanischen Supermacht unterzuordnen, sondern die haben immer ihre eigene Souveränität betont, auch gegenüber ihren angeblich ach so guten Verbündeten in den USA und das hat den USA nicht gepasst und deswegen fanden sie das ganz okay, dass erstmal 8000 Israelis draufgehen und dann kam erst diese Luftbrücke. Wenn man sich jetzt den linken Anti-Imperialismus anschaut und wie gesagt sich auch mal in Erinnerung ruft, wie dann später auch in den 80er-Jahren sich Israel gegenüber den sogenannten linken Befreiungsbewegungen verhalten hat und nochmal, das war nicht besonders freundlich und nett, ganz im Gegenteil, kann ich gleich noch ein bisschen was zu sagen, dann ist dieses Ereignis von 73, ist dieser Yom Kippur-Krieg von zentraler Bedeutung. Es war nämlich so, dass in diesem Krieg, wo Israel sich an den Rand an der Niederlage gedrängt sah und nochmal, wo alle in Israel das Bewusstsein hatten, okay, das kann eine zweite Massenvernichtung bedeuten, damit wir diesen Krieg verlieren, in dieser Situation haben fast ausnahmslos alle sogenannten linken Befreiungsbewegungen dieser Welt Grußadressen an die angreifenden arabischen Länder geschickt und haben ihnen alles Gute und viel Erfolg im Kampf gegen den jüdisch-zionistisch-imperialistischen Staat gewünscht. Und das hat man in Israel sehr genau registriert, und hat es nachher auch nicht mehr vergessen. Und so gesehen müssen sich diese anti-imperialistischen, anti-kolonialistischen Bewegungen, die es damals in wirklich quasi jedem Land der dritten Welt gegeben hat, nicht wahnsinnig wundern, dass sie ab diesem Zeitpunkt von Israel schlicht einfach als Todfeinde behandelt wurden. Und das ist ein wichtiger Hintergrund, den man wissen muss, wenn man sich dann die Entwicklung in den 80er Jahren anguckt, wo es zu sehr hässlichen Bündnissen gekommen ist, wo Israel zeitweise sehr eng mit dem mit dem rassistischen Apartheid-Staat Südafrika zusammengearbeitet hat, wo Teile des israelischen Sicherheitsestablishments mit einer Reihe von faschistischen Militärdiktaturen in Lateinamerika zusammengearbeitet haben. Das ist nicht so, wie so, hier gibt es ja dieses Café Palestine und so Leute, die gibt es ja in allen möglichen Städten, die würden jetzt behaupten, ja, das liegt im Wesen des Zionismus begründet, weil der ja sowieso eine böse, faschistische, rechtsextreme, völkische, was weiß ich, Ideologie ist, das ist natürlich hanebüchener Quatsch, ja, sondern, das ist aus der Geschichte, die von 1945 bis in die 80er Jahre passiert ist, zu verstehen, dass sich all diese antiimperialistischen, antikolonialistischen Bewegungen von Israel abgewendet haben und Israel sich eben nicht den Luxus leisten kann, dass man sich seine Freunde groß aussucht, weil man hat kaum Freunde in der Welt und das hat dazu geführt, ja, dass ich will das gar nicht irgendwie schönreden oder auch entschuldigen oder so etwas, diese Koalition, die es dort gegeben hat, aber man muss das zumindest als Hintergrundwissen haben und immer dazu sagen, wie es dazu gekommen ist, dass zum Beispiel, was weiß ich, in Guatemala dann Mossad-Leute halt Geheimdienstleute ausgebildet haben, die gegen die dortige Guerilla gekämpft haben, ja, auch diese Guerilla hat 1973 ein heldenhaftes Glückwunsch-Telegramm an die angreifenden arabischen Länder geschickt und das könnte man jetzt für fast all diese Befreiungen, sogenannten Befreiungsbewegungen durchgehen, ja, und nochmal, das hat man in Israel nicht vergessen. Trotzdem war es historisch nicht so, dass das von Anfang an so eine ausgemachte Sache war und auch das gerät gerne in Vergessenheit. In den 50er Jahren zum Beispiel gab es eine Reihe von antikolonialistischen Bewegungen, insbesondere in Afrika, die ganz eng mit Israel kooperiert haben. Also auch da ist es in gewisser Weise schwer zu sagen, es liegt jetzt im Wesen des Antikolonialismus, dass er sich gegen den Zionismus richten musste. De facto war das in den 50er Jahren gar nicht so, ganz im Gegenteil. In den 50er Jahren Welle der Entkolonialisierung in Afrika, Länder wie Ghana zum Beispiel, haben sehr eng mit Israel kooperiert, es wimmelte, gerade in diesen eher linksorientierten, entkolonialisierten Ländern in Afrika, es wimmelte nur so von israelischen Landwirtschaftsberatern. Und das ist auch überhaupt nicht abwegig, weil viele von diesen Ländern Israel quasi als ein Vorbild gesehen haben, und zwar als ein Vorbild für einen gelungenen antikolonialistischen Aufbauprozess. Das ist auch nachvollziehbar, die haben sich angeschaut, okay, was haben die gemacht? Die haben die Briten rausgeschmissen, also es war ja bekanntlich die britische Kolonialmacht bis 1948 noch im Mandatsgebiet Palästina. So gesehen, da kann ich vielleicht auch gleich noch was zu sagen, war auch die Staatsgründung Israels auch ein antikolonialistischer Akt, weil immerhin die britische Mandatsmacht verschwunden ist, die sind abgezogen. Und dann haben sie in einem Land, was eine vergleichsweise niedrige Form von Produktivkraftentwicklung hatte, es hinbekommen, einen Staat aufzubauen, eine funktionierende Armee aufzubauen, die in der Lage ist, sich gegen die Feinde zu Wehr zu setzen und vor allem eine sehr gut funktionierende Landwirtschaft zu etablieren unter sehr unfreundlichen Bedingungen. Das ist ziemlich genau das Gleiche, was all diese entkolonialisierten Staaten in Afrika auch hinbekommen wollten und deswegen war das sehr naheliegend, dass es diese Kooperation gab. Die ist zusammengebrochen, also wir hatten einen ziemlichen Knacks 1967 bekommen und Sechs-Tage-Krieg und zusammengebrochen wiederum nach 1973, nach diesem Yom-Kippur-Krieg. Und auch das hat nicht wieder unbedingt etwas damit zu tun, was diese linksorientierten Befreiungsbewegungen in Ghana oder einer Reihe von anderen Ländern eigentlich wollten, sondern sie wurden gezwungen durch die arabischen Ölstaaten. Die haben die nämlich mehr oder weniger vor die Alternative gestellt, nämlich gesagt, ihr müsst euch jetzt mal entscheiden, entweder Israel oder wir. Nachdem das wir, die Staaten waren, die das Erdöl hatten und Israel überhaupt nichts zu bieten hatte, was das angeht, gibt denen gar nichts anderes übrig. Es gibt Berichte, wie so Führer von diesen schwarzafrikanischen linksorientierten Staaten sich entschuldigt haben bei Golda Mier. Also sie angerufen haben, gesagt haben so, wir werden morgen die Beziehung zu euch abbrechen, wir wollen das überhaupt nicht, aber es bleibt uns nichts anderes übrig. Wenn ihr morgen eine Ölquelle findet, dann können wir gerne wieder Beziehung aufnehmen, weil dann brauchen wir diese blöden arabischen Länder nicht mehr, aber wir können gar nicht anders ran und wir müssen das quasi abbrechen. Wenn ich jetzt gesagt, jetzt gucke ich mal vor, wenn ich jetzt gesagt habe, Israel war in gewisser Weise auch ein antikolonialer Akt, das müsste man natürlich noch sehr viel mehr dazu sagen, ich denke, es war in gewisser Weise nur in formaler Hinsicht, das war natürlich nicht das Zentrale, das ist nicht das Wesentliche an der israelischen Staatsgründung, sondern das Wesentliche an der israelischen Staatsgründung, jetzt ein paar grundsätzliche Sachen über den Zionismus in Israel nochmal, das Wesentliche daran ist, dass dort eine Staatsgründung stattgefunden hat, die sich von allen anderen bisherigen unterscheidet, im Prinzip weiß das jeder, aber man muss es eben doch immer wieder in Erinnerung rufen, der Zionismus und die israelische Staatsgründung ist schlicht und einfach eine Reaktion auf den Antisemitismus und zwar nicht nur auf den europäischen, sondern eben auch auf den arabischen und islamischen Antisemitismus, es ist die leider viel zu spät gekommene Reaktion, insbesondere auf den nationalsozialistischen Vernichtungsantisemitismus und darin unterscheidet sich diese Staatsgründung also von allen anderen, es ist dies eine Staatsgründung, die auch für, weil auch das ja im Ankündigungstext erwähnt wurde, muss ich also auch ein paar Sätze zu sagen, die auch für eine materialistische Staatskritik, für eine sehr grundlegende, für eine radikale Form von Staatskritik, quasi nur gute Gründe angeben kann. Natürlich passieren auch in Israel hauchenweise Dinge, die einer materialistischen Kritik Anlass für Kritik bieten würde, weil der Zionismus, anders als eine allgemeine Gesellschaftskritik, auch anders als die kritische Theorie übrigensens, die sich dementsprechend auch manchmal sehr ambivalent zum Zionismus und zu Israel dann geäußert hat, aber diese Notwehrmaßnahme namens Zionismus, diese Notwehrmaßnahme gegen den Antisemitismus muss sich auf die bestehende Welt einlassen, muss in gewisser Weise positiv werden und das bedeutet in der Welt nach 1945, wo man eben auch nicht die Konsequenz gezogen hat, dass man sagt, also nach Auschwitz wird nun ein für alle mal Schluss gemacht mit den gesellschaftlichen Gründen für den Antisemitismus, nachdem also auch nach 1945 die Welt weiter in Staaten und Nationen eingerichtet ist und nach dem Prinzip von Kapitalverwertung und Akkumulation funktioniert, war der Zionismus gezwungen, sich genau das anzueignen, also eine funktionierende Kapitalakkumulation hinzubekommen, einen funktionierenden wehrhaften Staat aufzubauen. Das heißt, all das, was womöglich auch einer materialistischen Kritik in einem Land wie Israel durchaus Anlass für Kritik bieten würde, wie in vielen anderen Ländern auch, ist letzten Endes rückbezogen auf eine ganz bestimmte Funktion dieser Staatlichkeit, die außerhalb jeder Kritik steht und das ist eben ein bewaffnetes Kollektiv quasi zu errichten zum Schutz gegen den Antisemitismus, zum Schutz zur Verhinderung einer erneuten einer zweiten Vernichtung, so wie man das im Yom Kippur-Krieg und in vielen anderen militärischen Auseinandersetzungen dann auch eben praktiziert hat und diese Funktion, was quasi das Wesen des Zionismus ausmacht, völlig egal, ob der Zionismus eine ganz heterogene Angelegenheit ist, da gibt es Linke und Rechte, Säkulare und Religiöse und Kulturzionisten und was weiß ich noch alles, aber das Wesen des Zionismus, der Grundgedanke der all diesen Strömungen zugrunde legt, der all diesen Strömungen zu eigen ist, ist eben genau, dass man diese Schutzfunktion erfüllen kann und das ist eine Funktion, die für eine materialistische Kritik außerhalb jeder Kritik steht, ganz im Gegenteil, das ist eine Staatsfunktion, die Anlass für eine dezidierte Parteilichkeit ist, für Empathie und eine eindeutige Unterstützung, also eine Form von Solidarität, wie sie auch im Titel dieser Veranstaltung vorkommt. Nachdem ich jetzt doch schon recht lang rede und ja auch noch was zum Iran sagen soll, eine der wichtigsten Aufgaben genau so einer Solidarität heute, denke ich, wäre es, gegen dieses grauenhafte Bündnis, was es mittlerweile eben zwischen einem islamischen Antiimperialismus und einem sich irgendwie immer noch als linksverstehenden Antiimperialismus vorzugehen. Ich sage zuerst etwas zu diesem Bündnis und ich sage zuerst etwas dazu, warum ich glaube, dass diese Differenzierung, die ich in Bezug auf die 50er, 60er, 70er Jahre doch noch irgendwie eingefordert habe, heute nahezu obsolet ist und dann vielleicht abschließend noch ganz kurz etwas zu dieser unmittelbaren Bedrohung, die vom iranischen Regime heute für Israel ausgeht. Ich glaube, diese Unterscheidung zwischen einem irgendwie linken, leninistischen, noch sich auf den roten Oktober und einem Emanzipationsgedanken beziehenden Antiimperialismus einerseits und einem islamisch-spialistischen Antiimperialismus andererseits ist unter anderem deswegen so obsolet, weil die heute ein ganz klares Bündnis eingegangen sind. Und das lässt sich natürlich am allerdeutlichsten an der Parteinahme, Parteinahme ist zu wenig gesagt, an dem offenen Bündnis verdeutlichen, dass die lateinamerikanischen sich selber eben als Avantgarde des eines linken Antimperialismus verstehenden Staaten, was die mit diesem Holocaust-Leugner-Regime in Teheran mittlerweile eingegangen sind. Nehmen Sie Kuba unter Castro, sowohl den, wie heißt das, Älteren als auch den Jüngeren, nehmen Sie Nicaragua unter Daniel Ortega, für den der ein oder andere, der hier Älteren vermutlich irgendwann in den 80er Jahren mal noch gewisse Sympathien entwickelt hat, der verbietet heute Abtreibung in Nicaragua. Nehmen Sie Evo Morales in Bolivien und nehmen Sie insbesondere, und an dem Beispiel will ich es noch ein bisschen verdeutlichen, Venezuela sowohl unter Hugo Chavez als auch unter den Nachfolger von Hugo Chavez. Venezuela unter Hugo Chavez ist jenes Land in Lateinamerika, das das engste Bündnis mit dem iranischen Regime eingegangen ist. Und da geht es um sehr viel mehr als irgendwie nur so ein paar Berührungspunkte und dass die sich ziemlich oft getroffen haben. Also da gab es eine sehr starke gegenseitige Besuchsdiplomatie, Ahmadinejad ist jedes Mal, wenn er in Lateinamerika war, natürlich nach Caracas geflogen und umgekehrt ist Hugo Chavez auch in den Iran gereist. Man hat sich permanent gegenseitig als Bruder bezeichnet, die haben sich immer in den Arm genommen, wo man allein schon so von der Bildsprache gesehen hat, da geht es mehr als um so ein strategisch-taktisches Bündnis. Und darum geht es auch wirklich. Es gibt nämlich eine ganz enge ökonomische Kooperation mittlerweile, man stützt sich politisch gegenseitig und mittlerweile gibt es auch eine militärische Kooperation. sondern es gibt Militärabkommen zwischen dem chavistischen Venezuela und dem iranischen Holocaust-Leugner-Regime, das bekanntlich Israel ganz offen und wiederholt und zwar seit über 30 Jahren mit der Vernichtung droht. Und das ist eben auch alles andere als ein Zufall. Denn natürlich müsste man auch da wieder eine Differenzierung vornehmen, Hugo Chavez steht nicht für so ein Regime wie das im Iran, aber nichtsdestotrotz spielt auch der, also ein ganz eindeutiger Antisemitismus, der sich keineswegs nur gegen Israel richtet, was ja schlimm genug wäre, sondern ein ganz traditioneller Antisemitismus im Sinne von traditioneller Judenfeindschaft auch bei diesen linken Antimperialisten im chavistischen Venezuela eine durchaus wichtige Rolle, auch bei der politischen Agitation. Es gibt von Chavez eine Reihe von ganz klar antisemitischen Äußerungen, wo die Oppositionspolitiker in Venezuela als herumziehende Juden bezeichnet und so etwas. In Bezug auf Israel ist es sowieso vollkommen eindeutig. Im Jüdern im Krieg zum Beispiel hat Chavez dann irgendwie so Äußerungen von sich gegeben, wo er gesagt hat, das, was die Israelis irgendwie gegen bei der Hezbollah machen würden, sei schlimmer, als das, was die Nazis mit den Juden gemacht haben und solche Sachen. Also die nehmen sich da nicht wahnsinnig viel, jemand wie Chavez und wie Ahmadinejad. Und das wird sich ganz sicher unter den Nachfolgern von Chavez überhaupt nicht ändern. Nicolás Maduro war vorher ja, jetzt ist er quasi zum Präsidenten gewählt worden, war vorher Vizepräsident, war davor Außenminister. Und als Außenminister hat er genau diese Politik von Chavez betrieben. Diese offen anti-israelische Politik, eine offene Politik der Unterstützung von so dschihadistisch offen antisemitischen Terrororganisationen wie der Hezbollah und der Hamas und er ist ebenfalls mehrfach in den Iran gereist, hat dort zum Beispiel an der internationalen Solidaritätskonferenz für das palästinensische Volk teilgenommen 2006 und man weiß, was das iranische Regime unter Solidarität mit dem palästinensischen Volk versteht. Sie meinen damit die Zerstörung, die Vernichtung des israelischen Staates, wie die unterschiedlichsten Vertreter dieses Regimes überhaupt nicht müde werden, immer wieder ganz öffentlich zu deklarieren, auch wenn deutsche Antimperialisten das gerne in Abrede stellen und irgendwas von Übersetzungsfehlern daher schwafeln. Vielleicht kann ich das nachher in der Diskussion noch weiter bebildern und illustrieren, wie weit dieses Bündnis geht und dass das wie gesagt unter Maduro überhaupt nicht irgendwie brüchig werden wird, sondern ich fürchte sogar noch deutlicher, noch expliziter werden wird, was wie gesagt dafür spricht, dass es keinen großen Sinn mehr macht, noch allzu große Unterscheidungen und Differenzierungen zwischen diesen unterschiedlichen Formen von Anti-Imperialismus vorzunehmen. Ein paar Wörter mehr vielleicht doch noch zu diesem Anti-Imperialismus des iranischen Regimes. Das hat übrigens nicht nur Fans bei linken Anti-Imperialisten. Also es ist nicht nur so, dass linke Anti-Imperialisten sich irgendwie heute hinstellen und quasi die Mauer nicht nur für Ahmadinejad, sondern für das ganze Regime im Iran machen, sondern, ich habe vorhin ja schon gesagt, eigentlich müsste man mindestens von dreierlei Anti-Imperialismus reden, es gibt ja auch dezidiert rechte Anti-Imperialisten, hier in Deutschland zum Beispiel die NPD, noch deutlicher und leider auch ja viel erfolgreicher zum Beispiel die Nazis in Ungarn, die Jobbik, also nicht eine Partei, die irgendwie so wie die NPD in irgendwelchen Provinzparlamenten wo sich hindümpelt, sondern eine Partei, die 17% der Wählerstimmen bekommen hat und in Umfragen mittlerweile bei weit über 20% liegt und in Ungarn bei Studierenden mittlerweile stimmenstärkste Partei ist, also in den letzten Körpersen Umfrage wo sich rund 33% der Studierenden in Ungarn für die Jobbik ausgesprochen haben, eine offen antisemitische rassistische schlicht und einfach Nazi-Partei, also das ist eine Verharmlosung, wenn man die Jobbik rechtsextrem oder faschistisch nennt, also selbst faschistisch ist eine Verharmlosung, die stehen nämlich nicht in der Tradition von diesem Präfaschismus, Prä-Protofaschismus in Ungarn von Miklas Horty, sondern die stehen ganz explizit in der Tradition der ungarischen Fallkreuzler, also der ungarischen Nazis, die sich doch nochmal, also sich eben gerade durch ihren Vernichtungsantisemitismus klar von so klassischen Faschisten unterscheiden und diese Jobbik genauso wie die NPD sind große Bewunderer des iranischen Regimes. Bei der NPD bei so Neonazi-Versenden in Deutschland kann man T-Shirts und auch in Österreich kann man irgendwie T-Shirts mit Amaline Jad Zitaten bestellen, eine Welt ohne Zionismus, das finden die großartig, das entspricht vollkommen ihrer Vorstellung auch, bei der Jobbik ist es so, das ist ein ganz offenes Bündnis mittlerweile mit dem iranischen Regime gibt, der Vorsitzende der ungarisch-iranischen Freundschaftsgesellschaft ist der stellvertretende Fraktionsvorsitzender von der Jobbik im ungarischen Parlament, das ist der, der letztens damit internationale Schlagzeilen gemacht hat, dass er eine Judenzählung durchführen wollte in Ungarn und im ungarischen Parlament. Und das muss einem wie gesagt alles gar nicht wundern, weil die ideologischen Schnittmengen so eindeutig sind, dass man sich eher wundert, warum es ein paar rechtsradikale Organisationen in Europa gibt, die dieses Bündnis nicht ganz so offen eingehen, was dann wieder mit ihrem etwas komplizierten Verhältnis zum Islam und insbesondere den in Europa lebenden Moslems zu tun hat. Wir sehen also bei diesen drei Ausrichtungen des Anti-Imperialismus letzten Endes der Punkt, wo sie sich alle finden, ist natürlich der Hass auf Israel und mit diesem Hass kann Israel übrigens ganz gut leben, um das kurz zu machen. Womit Israel nicht gut leben kann, ist, dass wenn Leute, die es dermaßen hassen, dass sie ganz deklariert sagen, wir werden euch umbringen, wir werden euch vernichten, wir werden unseren Staat zerstören, dass die auch die technologischen Mittel haben, um solche Vernichtungsfantasien und Drohungen auch in die Tat umzusetzen. Und weil das so ist, ist das iranische Regime so ein fundamentales, so ein drängendes Problem für Israel und es sollte eigentlich für alle möglichen Leute ein drängendes und gravierendes Problem sein, leider ist das nicht so, Israel ist da sehr alleine, wird im Stich gelassen, insbesondere durch den Rechtsnachfolger des Dritten Reiches, also die Bundesrepublik Deutschland, denn diese Bundesrepublik Deutschland ist es, die dieses iranische Regime überhaupt erst in die Lage versetzt hat, in den letzten über 30 Jahren, dass es heute dort steht, wo es steht, nämlich, dass es relativ fest im Sachel sitzt, dass es in der Lage ist, die eigene Bevölkerung, die dieses Regime größtenteils bekanntlich hasst und es lieber heute als morgen irgendwie im Orkos der Welt Geschichte verschwinden sehen würde, wo es seit 34 Jahren bereits hingehört, dass es in der Lage ist, diese Bevölkerung, diese Opposition mit brutaler Gewalt niederzuhalten. Sie kennen alle die Geschichte von 2009, wo die Iraner millionenfach auf die Straße gegangen sind und ihre Lebensgefahr für ihre persönliche und politische Freiheit demonstriert haben und übrigens auch ein paar sehr sympathische Sachen über den Antizionismus dieses Regimes gesagt haben. Die sind im Stich gelassen worden durch den Westen, durch die globale Linke sowieso und konnten also mehr oder weniger abgeschlachtet werden vom iranischen Regime. Vor allem aber hat ein Land wie Deutschland durch seine über 30-jährigen sehr guten sowohl politischen als insbesondere auch ökonomischen Kontakte dieses Regime überhaupt erst in die Lage versetzt, dass es ein sündteures Raketen und damit im Zusammenhang stehen das Nuklearwaffenprogramm betreiben kann. Das heißt, es ist der Rechtsnachfolger des Dritten Reiches, die Bundesrepublik Deutschland, die einem Regime, das sind Holocaust, das Konferenzen zur Leugnung des Holocaust veranstaltet, das in all seinen Fraktionen, die es beim iranischen Regime natürlich gibt und die sich untereinander spinnefeind sind, das aber in all seinen Fraktionen immer wieder betont und deklariert, dass es den Staat Israel vernichten will und vernichten wird. Ich kann Ihnen da gerne reihenweise Zitate vorlesen, die in diesen günstig zu erwerbenden Büchern, da auch mit dementsprechenden Quellenangaben wenigstens versehen sind. Es ist, dass die Bundesrepublik Deutschland, die so ein Regime in die Lage versetzt, dass es mit der Politik weitermachen kann, wie es das tut und um dagegen etwas zu tun und damit kommen wir auch schon zum Schluss, haben wir unter anderem dieses Bündnis Stop the Bomb gegründet, was sich unter anderem dafür einsetzt, dass es scharfe ökonomische und politische Sanktionen gegen dieses Regime geben soll, die gibt es immer noch nicht. Glücklicherweise gibt es mittlerweile so ein paar Sankt Sönchen, wir haben ein bisschen zu wenig gesagt, es gibt mittlerweile ein paar Maßnahmen, die dieses Regime durchaus treffen, allein die Ölsanktionen haben diesen Regime im letzten Jahr über 30 Milliarden Euro gekostet, also Geld, 30 Milliarden Euro, die sie eben nicht zur Verfügung haben, um ihr Atomprogramm weiterzuführen, um die Repression gegen die eigene Bevölkerung weiterzuführen, das geht schon in die richtige Richtung, es ist aber natürlich alles viel zu wenig und zweitens fordert dieses Bündnis schon mittlerweile seit Ende 2007, dass endlich dieser sogenannte Dialog, diese sogenannten Verhandlungen mit diesem Regime endlich aufhören müssen und dass man stattdessen ganz offen die säkulare demokratisch- rechtsstaatliche Opposition im Iran und im Exil unterstützen muss und auch das findet nicht statt in Deutschland. Ganz im Gegenteil, ein Beispiel aus der letzten Zeit, aber man findet das permanent wieder, ein Beispiel aus der letzten Zeit, der iranische Botschafter, also der Botschafter dieses iranischen Regimes, das Konferenzen zur Leugnung des Holocaust organisiert und so weiter und so fort, ich wiederhole das jetzt nicht zehnmal, der wird von evangelischen Bildungseinrichtungen in Deutschland zu Konferenzen über den Iran eingeladen. Die Evangelische Akademie Locum, eine altehrwürdige Bildungseinrichtung, wo in besseren Zeiten noch jemand wie Adorno referiert hat, hat vor wenigen Wochen eine Konferenz organisiert, mit dem sehr ehrenwerten Titel, sinngemäß, wie kann die iranische Zivilgesellschaft gestärkt werden. Und um über dieses Thema zu reden, haben sie keinen einzigen iranischen Oppositionellen, keinen einzigen Exiliraner eingeladen, sondern den Botschafter des iranischen Regimes in Deutschland. Ali Reza Sheikh Atta, ein Mann, der früher Gouverneur in den kurdisch-iranischen Provinzen war, dort massenhaft Leute ermordet hat, umgebracht hat, massenhaft Todesurteile unterschrieben hat, ein direkter Vertrauter von Armini Jad übrigens auch ist, also der gehört auch nicht zu irgendeiner Fraktion beim iranischen Regime, sondern das ist ein Mann von Amaline Jad. Dieser Mann, den lädt man ein, um über die Stärkung der iranischen Zivilgesellschaft zu diskutieren. Man ist ein bisschen sprachlos. Ungefähr zeitgleich gab es in Hamburg mal wieder ein Werbeseminar für eine Ausweitung des Iran-Business. Also nicht stärkere Sanktionen, mehr Druck auf das iranische Regime ausüben, sondern die Deutsche Iranische Handelskammer veranstaltet regelmäßig Werbekampagnen für einen Ausbau, beziehungsweise berät deutsche Unternehmen, wie sie trotz der bestehenden Sanktionen weiterhin großartige Geschäfte mit dem iranischen Regime machen können. Genau das Gleiche gibt es natürlich in Österreich, aber nachdem wir jetzt hier sind, rede ich mal über Deutschland und Deutschland ist natürlich auch in der Weltpolitik einfach viel wichtiger, viel entscheidender. Diese deutschen Wirtschaftslieferungen, die es weiterhin gibt, also der deutsche Mittelstand liefert trotz aller bestehenden Sanktionen, die nämlich das überhaupt nicht abdecken, weiterhin Hochtechnologie- Produkte im Wert von mehreren Milliarden Euro in den Iran. Und die deutsche Bundesregierung, die deutsche Kanzlerin, die sich ja gerne als eine große Freundin des Staates Israel bezeichnet und dann in der Knesset so reden hält, wo sie sagt, dass die Sicherheit Israels irgendwie zur deutschen Staatsräson gehört, auch die macht so gut wie keinen Finger krummen, dass sich daran irgendwas ändert. Im Gegenteil, sie sagt dann, ja wir verfolgen gegenüber der deutschen Wirtschaft eine, so nennt ihr das, eine Entmutigungsstrategie. Das heißt, wir sagen den deutschen Unternehmen, wir fänden es besser, wenn ihr dort keine Geschäfte macht. Wenn man mal drei Sekunden irgendwie sich mit Kapitalkritik beschäftigt hat, weiß man, das wird das Kapital nicht sonderlich beeindrucken, sondern man müsste denen das so, wie zum Beispiel das eben in den USA und in Israel seit Jahrzehnten der Fall ist, den Unternehmen schlicht und einfach verbieten, dass sie im großen Stil Geschäfte mit dem iranischen Regime haben. Und das ist in ganz Europa nach wie vor nicht der Fall und insbesondere in Deutschland nicht. Und das ist leider kein Skandal, sondern ein Ausdruck der postnationalsozialistischen Normalität in dieser Gesellschaft, gegen die man aber umso mehr auftreten sollte. Und damit höre ich erst mal auf, hoffe, das war nicht zu viel und zu durcheinander, bin mir aber sicher, es gibt genügend Stoff für Nachfragen und Diskussionen. Vielen Dank für die geduldige Aufmerksamkeit. Und ich würde vorschlagen, dass wir die unnötige Rauchpause weglassen und gleich in die Diskussion einsteigen, weil das sonst immer so zerfleddert. So gesehen würde ich vorschlagen, dass wir sofort einsteigen. und wenn Sie Nachfragen haben, Einwände haben, Kurze Kurreferate halten möchten, dann wäre jetzt die Gelegenheit. Ich auch nicht. Ja, das ist schwierig. Das liegt in der Sache begründet, dass das nicht so einfach ist. Ich beschäftige mich mittlerweile mehrere Jahrzehnte mit der Kritik des Antisemitismus und es ist tatsächlich so, dass man, ich könnte jetzt so, wir sind ja auf der Uni, jetzt könnte man irgendwie die unterschiedlichen Ansätze zur Erklärung des Antisemitismus aufzählen, die es so in den Sozialwissenschaften, in der Politikwissenschaft, in der Soziologie, in der Psychologie und was es da alles so an Wissenschaftseinteilerei, fachspezifischen Sachen gibt, versuchen darzustellen und aufzählen. Man könnte Ihnen dann vermutlich bei dem einen oder anderen sagen, ich finde das eine ganz sinnvolle Idee, da trifft man vielleicht einen Punkt und bei anderen Sachen sagen, zum Beispiel bei der sogenannten Vorurteilsforschung, warum ich das ziemlich einen Quatsch finde, warum ich das für verharmlosend halte gegenüber dem Antisemitismus. Also vielleicht kann man so auch drangehen, mal zu sagen, was der Antisemitismus offensichtlich nicht ist. Er ist nämlich nicht einfach ein Vorurteil, was leider große Teile der akademischen Antisemitismusforschung in Deutschland ja behaupten. Dieses ganze fürchterliche Institut, dieses Zentrum für Antisemitismusforschung, was in Wirklichkeit ist, das ist ein sehr irreleidender Name, das ist ein Institut für Antisemitismusverharmlosung, was die dort betreiben mit ihrer sogenannten Vorurteilsforschung, das geht natürlich in die völlig falsche Richtung. Also wenn es bei Antisemitismus wirklich nur um ein Vorurteil gegenüber Juden und Jüdinnen gehen würde, dann wäre das Problem gar nicht so groß. Da würde man sagen, naja, da müssen die Leute aber ein paar Juden kennenlernen, da merken sie, die sind gar nicht so. Dann können sie ihre Vorurteile abbauen. Oder wenn sie irgendwie fürchterliche Dinge über den jüdischen Staat sagen, dann sagen wir, ja dann organisiert wir mal eine Reise, dann sollen die da mal hinfahren, dann sehen die, das ist irgendwie alles ganz anders und dann sind sie von ihren Vorurteilen kuriert. Dann würde ich mich ehrlich gesagt nicht schon seit 20 Jahren mit dem Thema beschäftigen, da wäre es nämlich nicht so ein großes Problem, da wäre es auch nicht so gefährlich. Der Antisemitismus ist offensichtlich sehr viel mehr. Der ist so eine Art, der ist geradezu eine allumfassende Weltanschauung. Das ist eine Art Welterklärungsmuster. Er ist, nein erstmal, genau, erstmal vielleicht, warum ich so darauf geantwortet habe, ja ich weiß das auch nicht. Es bleibt, selbst wenn man, selbst wenn man, was ich vielleicht gleich in ein paar Worten versuchen werde, selbst wenn man ausgehend von der kritischen Theorie, was ich dann drängend empfehlen würde, von den Gedanken, die zum Beispiel oder insbesondere Adorno und Horkheimer dazu formuliert haben, von denen gibt es einen ganz wichtigen Text zur Kritik des Antisemitismus, der auch heute noch maßgeblich ist, der Maßstäbe setzt, nämlich die Elemente des Antisemitismus, die sich am Ende ihres Hauptwerks der Dialektik der Aufklärung finden. Die versuchen dort nicht den Antisemitismus zu erklären. Die wissen, die sind sich bewusst darüber, dass der Gegenstand selber sich gegen eine Erklärung, so wie man das normalerweise kennt, dass man da irgendwie sagt, weil so passiert halt das und das, dann kann man so logische Schlüsse irgendwie machen, der sperrt sich dagegen. Deswegen ist der Untertitel von diesem nach wie vor zentralen Text zur Kritik des Antisemitismus bekanntlich auch Grenzen der Aufklärung. Die sind sich bewusst darüber, dass das, also bei einem Antisemiten mit einem, um es akademisch auszudrücken, mit einem geschlossenen antisemitischen Weltbild, da kann man eigentlich machen, was man will. Dann kann man alles mögliche versuchen, also man kann ihm sagen, nein, das stimmt gar nicht, den Juden gehört gar nicht irgendwie die ganze Finanzwelt und die Medienwelt und die ganzen Supermarktketten, wie das gerade bei so türkischen Jugendlichen mittlerweile unglaublich weit verbreitet ist. In Österreich zum Beispiel, die glauben, den Juden gehören alle Supermärkte. Warum gerade Supermärkte, weiß ich auch nicht. Da kommt man nicht besonders weit. Also mit so Hinweisen auf die empirische Falschheit einfach von diesen antisemitischen Wahnvorstellungen kommt man nicht besonders weit. Und deswegen kann es eigentlich auch nur um genau das gehen, was Adorno und Horkheimer versucht haben, um so etwas wie ein ideologiekritisches Dechiffrieren von diesem antisemitischen Bewusstsein. Man muss, also das oberste Gebot wäre immer, wenn man anfängt, sich irgendwie mit einer Kritik des Antisemitismus zu beschäftigen, es geht bei Antisemitismuskritik niemals um Juden und Jüdinnen. Es geht nicht um das Judentum und es geht auch nicht um den jüdischen Staat. Es ist vollkommen egal, was Juden machen, was der jüdische Staat macht, was das Judentum irgendwie als religiöse Angelegenheit so von sich gibt. Man muss sich also nicht mit den Objekten des Antisemitismus, mit den Opfern des Antisemitismus beschäftigen, sondern mit den Subjekten, also mit den Antisemiten selber. Man muss sich angucken, was die sozusagen für, was die für psychische Bedürfnisse haben, dass sie also sich in diesem Antisemitismus in gewisse Weise hingeben. Man muss gucken, inwieweit der Antisemitismus eine wahnhafte, eine projektive Reaktion auf sowas wie kapitalistische Moderne ist. Und dann kann man versuchen, so wie Adorno und Hawke kann man das auch machen und wie viele Leute im Anschluss daran das dann auch versucht haben, den Antisemitismus eben nicht zu erklären, weil das immer so, diese Erklärung hat immer bereits so, die birgt so eine halbe Entschuldigung immer schon mit sich. Wenn man das Lupin rein erklären kann, kann man sagen, ja, dann haben die Antisemiten auch recht. Das entzieht sich letzten Endes dieser Erklärbarkeit. Man kann das dechiffrieren, man kann versuchen, ein Begriff von, das ist eine Formulierung von Adorno und Hawke immer selber, von einer antisemitischen Gesellschaft zu etablieren, die man eben in Beziehung setzen muss zu einer Gesellschaft, die bekanntlich durch die Imperative von Kapitalverwertung und Herrschaftsloyalität geprägt sind. Davon ausgehend müsste man versuchen, etwas über den Antisemitismus auszusagen. Und letzten Endes muss man sich immer darüber bewusst bleiben, dass es dieses unmittelbare, also das ist eigentlich bei allen Gegenständen so, mit denen sich eine materialistische Kritik beschäftigt, aber im Antisemitismus springt es noch viel mehr ins Auge. Es gibt, gerade in der akademischen Antisemitismusforschung hat man oft so das Gefühl, die behandeln diesen Gegenstand wie alle möglichen anderen auch und das geht nicht. Dieser Gegenstand hat sozusagen, moralischer Imperativ ist wahrscheinlich ein blödes Wort, aber der hat, man kann ihn quasi nur ausgehend vom adornischen kategorischen Imperativ behandeln, diesen Gegenstand. Es geht bei Antisemitismus letzten Endes darum, dass man sich mit ihm beschäftigt, dass man ihn unmöglich macht, beziehungsweise also letzten Endes, dass man eine Gesellschaft schafft, wo er wirklich insofern kritisiert werden kann, dass er aus der Welt geschafft werden kann und solange das nicht geht, geht es darum, die Antisemiten daran zu hindern, dass sie ihr mörderisches Tun in die Tat umsetzen können. Adornischer kategorischer Imperativ sagt in Reflexion auf Auschwitz, dass man im Stande der Unfreiheit, also in einer Gesellschaft, die den marxischen kategorischen Imperativ nicht umsetzen konnte, Marx hat als junger Mann 1844 geschrieben, es würde darum gehen, alle Verhältnisse umzuwerfen, in denen der Mensch ein erniedrigtes, ein geknechtetes, ein verlassenes und ein verächtliches Wesen ist, eine sehr gute Idee, ja, das bekanntlich aber nicht in die Tat umgesetzt wurde und stattdessen ist die Geschichte in der Katastrophe geendet, in der Shoah, im Holocaust, in der industriell betriebenen, in der bürokratisch geplanten Massenvernichtung und in Reflexion darauf sagt Adorno, im Stande der Unfreiheit, also solange der marxische kategorische Imperativ nicht Wirklichkeit wird, hat, er schreibt, hat Hitler, man muss es genauer eigentlich sagen, hat die deutsche Volksgemeinschaft den Menschen einen neuen kategorischen Imperativ aufgezwungen, nämlich alles Denken und Handeln so einzurichten, dass Auschwitz und Nicht-Ähnliches sich noch einmal wiederhole, so. Und das sollte man allen akademischen Antisemitismusforschern wirklich um die Ohren hauen, weil bei denen hat man oft das Gefühl, das ist reiner Zufall, dass sie sich jetzt irgendwie mit Antisemitismus beschäftigen, wahrscheinlich gab es gerade einen guten Förderantrag, ja, die könnten sich, die macht das dermaßen leidenschaftslos auch, ja, die könnten sich genauso gut mit isländischer Steuerpolitik auseinandersetzen, ja, das spielt eigentlich überhaupt keine Rolle und gerade mit diesem Thema, mit diesem Gegenstand kann man sich so nicht auseinandersetzen, sondern es impliziert immer das unmittelbare Auftreten, der Wunsch, der Verhinderung des Antisemitismus, was ihn natürlich immer noch nicht erklärt hat und ich weiß, dass das vermutlich eine unbefriedigende Antwort ist. Oder vielleicht auch eine zu ausführliche, ich weiß nicht, ich kann auch versuchen, kürzer zu antworten, behaupte ich mal. Ja. Machen Sie es nicht ein bisschen einfach zu sagen, die Gründe in Israel ist jetzt einfach produktivist Antisemitismus. Es geht doch eigentlich in langer Vorgang, auch aus dem Ersten Weltkrieg, aus der Richtung des Palästinamandats, lange, auch illegale jüdische Einwanderung, die rechtlich im Palästina-Gebiet also verhindert werden sollte, auch durch die Engländer, weil es diese lange illegale und auch legale Einwanderung dazu führt hat, dass sich da starke jüdische Infrastruktur ausgeweilt hat. Und dass dieses Konstrukt gar nichts mit Antisemitismus an sich zu tun hat, sondern mit dem Kolonialismus, der ja mit dem Niedergang des Orientatsen hat, der Osmanische Reich ist, hergegangen ist. Aber diese Leute, von denen Sie da gerade reden, also die Leute, die teilweise legal, teilweise, und zum Glück haben sie das hinbekommen, durch heldenhafte Fluchthilfeaktionen von jüdischer Seite, teilweise illegal in dieses palästinensische Mandatsgebiet eingewandert sind, die haben das ja deswegen gemacht. Die sind ja dort eingewandert, weil sie vor dem Antisemitismus in Europa beflohen sind und in Reaktion auf diesen Antisemitismus in Europa die Idee hatten, wir werden perspektivisch eine eigene Form von Staatlichkeit brauchen, mit einem möglichst bis an die Zähne bewaffneten und sehr modernen Militär, was ich zur Wehr setzen kann. Diese ganze frühe zionistische Bewegung, auf die Sie dort anspielen, ist eine unmittelbare Reaktion auf den europäischen Antisemitismus und all seinen Ausprägungen. Ich habe vorhin erwähnt, der Zionismus ist eine sehr heterogene Angelegenheit und das sieht man ja auch, es gibt, viele werden Theodor Herze kennen, der Judenstaat in Wien geschrieben, das war so eine Art bürgerlich-liberaler nationaler Zionismus, das war eine weitgehend eine Reaktion auf den westeuropäischen Antisemitismus. Theodor Herze war nämlich damals als Korrespondent der neuen freien Presse, gibt es heute noch, wichtige Tageszeitung, die Presse, damals wahrscheinlich die wichtigste Zeitung in ganz Mitteleuropa, als Korrespondent für die neue freie Presse in Frankreich, und zwar zur Zeit des Dreifußprozesses. Also ein wüster antisemitischer Prozess, der in Frankreich eine Welle von Antisemitismus gebracht hat und auch zu einem antisemitischen Urteil geführt hat und davon war Herze vollkommen entsetzt, weil das eben nicht in den osteuropäischen Ländern war, wo man davon ausgegangen ist, okay, das sind sehr antiquierte gesellschaftliche Strukturen, deswegen gibt es dort dieses reaktionäre Bewusstsein in der Ukraine, in Russland und so und drum sei der Antisemitismus dort so stark und deswegen gibt es die Pogrome, sondern es war das Land der französischen Revolution. Und da hat sich Herze gedacht, der früher auch, wie viele bürgerlich-liberale Juden gedacht haben, naja, das Antisemitismus wird sich mit der Zeit lösen, wir werden uns assimilieren, man hatte mit Religion nicht besonders viel am Hut und am Schabbat gab es wahrscheinlich immer Schweinerüppchen. das war nicht sein Ding, aber dieses Erlebnis von, dass in einem Land wie Frankreich dieser Antisemitismus dermaßen stark sein kann, im Mutterland der Aufklärung, das hat ihn zu der Idee gebracht, okay, das muss, wir müssen uns was anderes überlegen, man braucht einen eigenen Staat. Die ganzen osteuropäischen Juden, die den größten Teil der frühen zionistischen Einwanderung gestellt haben, auf die sie gerade anspielen, die sind natürlich als Reaktion auf diesen grauenhaften Pogrom Antisemitismus in Osteuropa geflohen. Eines der wichtigsten Bücher, acht Jahre vorher sitzt Judenstaat, Auto-Emanzipation, ist von Leon Pinsker geschrieben. Das ist eine ganz unmittelbare Reaktion auf diese osteuropäischen Pogroma. Und so könnte man das jetzt die Reihe durchgehen. Das war damals zwar nicht die Mehrheitsposition bei den weltweiten Juden und Jüdinnen, ja, im Gegenteil, es war so eine Minderheitenposition, aber jene Leute, die damals schon nach Israel eingewandert sind, haben das auf zionistischen Gründen getan und dieser Zionismus begründet sich im Antisemitismus. Er ist immer eine Reaktion darauf. Oder was meinen Sie, was der Grund gewesen sei, warum die das gemacht haben? Wollen wir nochmal darauf eingehen, was eigentlich die zur Gründung geführt hatte, als diese gerade in ein paar Jahren Mächte sich die Palästinien empfunden haben, oder zu meiner Meinung nach. Können Sie auch nur noch kurz durch die Bedrohung von Israel selber ausgehen, jetzt nicht nur von Iran aus, wie Sie die bewerten? Welche Bedrohung? Bedrohung in Form von Massenverdichtungswaffen wie Atomwaffen. Sie meinen jetzt nicht die Bedrohung, der Israel ausgesetzt ist, sondern Sie wollen sagen, dass Israel irgendjemand mit Atomwaffen bedroht? Ja. Für wen und wodurch? Zum Beispiel auch den Iran, auch Palästina. Die rechtfertigen Sie, zum Beispiel, Angriffe auf Syrien oder so, vor dem Atomwaffen. Also das sind ja letztlich auch Bedrohungen. Also einerseits bin ich natürlich nicht der Pressesprecher der Israelischen Regierung, insofern ist das gar nicht meine Aufgabe, diese Angriffe zu rechtfertigen. Ich denke, die rechtfertigen sich auch fast von alleine. Und natürlich geht es da nicht um eine Bedrohung, sondern es geht um die Ausübung dessen, was das Wesen des Zionismus ausmacht. Nämlich die Einsicht, dass man angesichts von antisemitischen Bedrohungen, die letzten Endes auf Massenmord an Juden und Hüden hinauslaufen, von der ganzen Welt im Stich gelassen wird. Weil das so ist, hat man sich eine sehr schlagkräftige Armee aufgebaut, die dazu in der Lage ist, eigenständig und wenn notwendig präventiv gegen solche Bedrohungen vorzugehen. Und genau das macht Israel meiner Meinung nach vollkommen zu Recht. Das haben sie zum Beispiel, ich komme gleich zu dem aktuellen Beispiel mit Syrien, aber das ist ja, machen sie historisch schon immer so. Genau genommen fängt das an mit 1956 im Sinai-Krieg. Da hat übrigens Max Horkam mal wieder, um den nochmal ins Spiel zu bringen, damals schon, da gibt es noch eine Notiz von ihm über den Sinai-Krieg, wo er ganz richtig sieht, dass Israel anders zum Beispiel als eine Großmacht wie die USA zeitweise aggressiv und präventiv agieren muss, wenn es sich in einer feindseligen Umwelt behaupten möchte. Und das war eine dezidiert feindselige Umwelt. Israel war damals ausnahmslos von arabischen Staaten umgeben, deren erklärtes Ziel es war, den Staat Israel zu vernichten, auszulöschen. Und das hat überhaupt nichts mit der Situation der Palästinenser oder so etwas zu tun, sondern schlicht und einfach weise gekämpft, nein, wir werden hier keinen jüdischen Staat akzeptieren. Und seitdem hat Israel das immer wieder getan. Israel hat zum Beispiel und zum Glück den Atomreaktor von Saddam Hussein zerbombt, 1981 in Osirak. Da waren alle dagegen, einschließlich der Amerikaner. Ronald Reagan hat daraufhin gewisse Waffenlieferungen an Israel ausgesetzt. Ronald Reagan, Sie merken schon, ich sage gerne nochmal was Negatives über die USA, aber an der richtigen Stelle. Es war Ronald Reagan, der seiner UN-Botschafterin angewiesen hat daraufhin, zusammen mit der UN-Botschafterin von Saddam Hussein eine anti-israelische Resolution zu verabschieden. Und dann haben sie gemerkt, verdammt, die Israelis hatten recht, der hat wirklich einen Atomreaktor dort stehen gehabt. Und das war eigentlich ganz gut, dass sie den zerbombt haben. Allerhöchstwahrscheinlich haben sie auch den syrischen Atomreaktor vor ein paar Jahren zerbombt. Und auch das halte ich für zwingend notwendig und richtig. Das ist eine präventiv ausgeübte Selbstverteidigung des israelischen Staates, die, wenn sie nicht passieren würde, die Existenz Israels in Frage stellen würde. Was jetzt ganz aktuell passiert, ist ziemlich eindeutig. Also auch wenn Israel das nicht großartig kommentiert und die sich da irgendwie mal ein bisschen bedeckt halten. Aber letzten Endes weiß jeder, was dort passiert ist, weil das ja auch schon lange angekündigt war. Israel hat am Beginn des Syrien-Konfliktes gesagt, wir werden es nicht akzeptieren, dass aus diesem Land Waffenarsenale, insbesondere chemische und biologische Waffen. Syrien ist seit Jahrzehnten eins der Länder, was die größte Menge zugegebenerweise, also allgemein bekannt und auch belegterweise, die größte Menge an chemischen und biologischen Kampfstoffen zur Verfügung hat. Syrien ist gleichzeitig einer der engsten Verbündeten sowohl des iranischen Regimes als auch der Hezbollah im Libanon. Die Hezbollah ist nicht irgendeine Partei, sondern das ist eine offen antisemitische dschihadistische Miliz, die genau die gleichen Ziele verfolgt wie das iranische Regime. Hassan Nasrallah, Generalsekretär der Hezbollah hat einmal sehr schön den Satz gesagt, der fängt fast zionistisch an, geht dann aber natürlich noch ein bisschen weiter. Er hat gesagt, es ist sehr gut, wenn sich alle Juden dieser Welt in Israel versammeln, was die Zionisten bekanntlich auch wollen, aber der Satz geht eben weiter, weil das erspart uns die Mühe, sie auf der ganzen Welt verfolgen zu müssen. Also da gibt es auch keinen Interpretationsspielraum oder so, was solche Organisationen wollen. Die plärren das geradezu in die Welt hinaus. Die Hezbollah ist übrigens in Europa nach wie vor skandalöserweise nicht verboten, steht nicht auf der Terrororganisation, die kann Spenden sammeln hier in Freiburg für ihre Politik und für ihre militärische Ausrüstung. Die SPD hat noch vor wenigen Jahren in Beirut, also nicht die SPD, die Friedrich-Ebert-Stiftung hat noch vor wenigen Jahren eine gemeinsame Konferenz mit dieser Hezbollah in Beirut organisiert und so weiter. Israel hat von Anfang an gesagt, dass es nicht akzeptieren wird, dass irgendwelche von diesen Waffen an die Hezbollah geraten, was ich vollkommen richtig finde. Und wenn jetzt Militärschläge von der israelischen Luftwaffe offensichtlich genau gegen so etwas stattfindet, muss ich das groß rechtfertigen? Ich frage mich immer, was will man denn eigentlich dagegen sagen? Also was spricht denn dagegen, dass der Staat Israel genau das macht, dass er verhindert, dass seine Todfeinde, was auch in jeglicher anderer Hinsicht grauenhafte Leute sind, weil Hezbollah ja bekanntlich nicht nur den Staat Israel vernichten möchte, sondern Schwule hasst, die Todesstrafe für Homosexuelle ist, Frauendrang saliert und diskriminiert, gegen politische Gegner mit Waffengewalt vorgeht. Also in jeglicher anderer Hinsicht auch ein unakademischer, ausgerückter, grauenhafter Scheißverein ist, die man einfach bekämpfen muss. Was ist denn daran falsch, wenn Israel verhindert, dass die ohnehin schon bis an die Zähne bewaffnete Hezbollah, ja? Also es gibt übrigens einen UN-Beschluss nach 2006, hätten die sich gar nicht wieder bewaffnen dürfen, haben sie aber natürlich, weil diese UN-Beschlüsse halt kein Mensch durchsetzt. Und erst recht nicht die deutsche Marine, die da so ein bisschen rubschippert vom Libanon und halt zuguckt, wie die sich wieder bewaffnen. Das ist ja wenigstens verhindert, dass die eine neue Qualität von Vernichtungsarsenal plötzlich haben. Das ist vollkommen richtig und es wird irgendwann natürlich auch die Frage aufkommen, was passiert eigentlich mit dem iranischen Nuklearprogramm, wenn die Welt nicht irgendwann doch nochmal sehr scharfe und konsequente Maßnahmen gegen dieses Atomprogramm setzt. Dann wird, und das ist der eigentliche Skandal, dann wird Israel irgendwann in die Rolle gedrängt, dass es die grauenhafte Entscheidung treffen muss, ob es eigenständig militärisch gegen diese Nuklearanlagen vorgeht. Was eine grauenhafte Entscheidung ist, weil das mit wahnsinnigen Risiken für die ganze Region, wahrscheinlich sogar für die ganze Welt, aber insbesondere auch für Israel selber verbunden ist. Und das Skandalöse ist, dass Israel aber wirklich in diese Situation immer mehr gebracht wird, weil eben so gut wie niemand ernsthaft was gegen dieses Nuklearwaffenprogramm unternimmt. Gibt es so ungefähr eine Antwort? Es gibt doch schon ganz viel neue. Ich glaube, meine Position ist klar geworden. Ich habe jetzt nicht geschaut, wer zuerst glaube, Sie und dann ganz hinten. Bitte laut und deutlich. Das war zum einen, wo wir in Ost-Europa, am Ende des letzten Jahrhunderts. Ich persönlich möchte es so erklären, dass infolge der langsamen Nationalstaatenbildung, der Inflanzierung in Ost-Europa, also im sogenannten Einzug in die Moderne, der Zivilisation, der sich ja zu brutalen Umbrüchen und sozialen Umweltschäden bewegen kann. Und dass der Antisemitismus dort mit reingepasst hat, als sozusagen Glippenbock-Theorie, äh, äh, dass die sozusagen Ersündenböcke herhalten mussten. Und äh, das unter anderem Westen, die so starke Verwohnen in, ähm, Osteuropa kam. Ähm, im Jahrhundert, dass das dann auch in der arabischen Welt, ähm, im 20. Jahrhundert, dass aufgrund der, äh, sehr stark heterogenen, ähm, äh, Staaten in der arabischen Welt, wie zum Beispiel der Irak oder der Iran, die ja 50 Produkte sind, ähm, ähm, äh, ähm, äh, jetzt würden die Iraner sich über auffregen, wenn sie so was sagen. Aber wurscht, ne? Also, Iran, natürlich. Ähm, ähm, äh, ja genau, was da äh, ein feinbilder Hauskund ist, um irgendwie, äh, die äh, die äh, die äh, die zusammengehalten, ähm, zu festigen. Das ist natürlich, also ich möchte es jetzt nicht in die Motivation gerade so sein, sondern, ähm, dass, ähm, Dadurch eben starke Tendenzen hin zum Antisemitismus eröffnet worden sind. Das war das eine. Und dann noch als dritte Frage. Ich habe das Gefühl, dass du den Operativ-Kund-Anon sehr ernst nimmst, dass es jetzt praktisch nur noch aufdame-legende Politik sein kann, ein zweites Ausdruck zu verhindern. Das verstehe ich nicht wieder weg, nur wo ich das Problem daran sehe, ist, dass die Demokratie-Kund-Anon in der Affirmation der Kirchen-Gesellschaft hineinzugreifen darf. Weil Ziel-Linge-Politik muss nur noch sein, die nur in der Kapitänik. Und was ich vorhin geschrieben habe, in Ost-Europa und in der arabischen Welt, das war ja der sogenannte Einzug der modernen Situation der Industrialisierung. Und der Zionismus ist ein kleiner Zeit, als auch ein Antisemitismus. Er ist eine nationalstabschöne Bewegung, die, wie du wirklich gesagt hast, durchgerechtfertigt ist. Aber er ist ein Antisemitismus, der eben auch klingt wie moderne ist. Und modern ist im Prinzip meiner Meinung nach gleichzusetzen mit der Expansion des Kampels. Ja, also ich versuche einfach ein paar Punkte von Ort zu greifen. Also in Bezug auf Ost-Europa, ja, also der Begriff des Sündenboxes ist mir da irgendwie zu wenig. Aber man muss sich jetzt auch gar nicht so drüber streiten. Ja, der Antisemitismus ist immer eine Reaktion auf irgendwas. Aber die Frage ist, was heißt das denn? Also es gibt ja keine Zwangsläufigkeit, dass Leute so, ob so etwas reagieren. Der Antisemitismus impliziert, also so sehr er natürlich etwas mit der bestehenden Gesellschaft zu tun hat, ja, und ohne eine Kritik an ihr eigentlich auch gar nicht zu denken ist und nicht zu kritisieren ist, ändert es ja nichts daran, dass der letzten Endes ganz eindeutig einen Moment von so etwas wie einer persönlichen Entscheidung auch beinhaltet. Also man muss, wenn du jetzt schon so mit der Kritik an der bürgerlichen Gesellschaft ankommst und so, es gibt in dieser Kritik des Fetischismus, wie Marx sie in der Kritik der politischen Ökonomie formuliert hat, an dieser Selbstmystifizierung der bürgerlichen Gesellschaft so, da spricht man dann von notwendig falschem Bewusstsein und solchen Dingen und da kommt man dann irgendwie relativ schnell drauf, ja, also selbst noch der Kritiker von so einem fetischistischen, falschen, mystifizierenden, sich selbstmystifizierenden Bewusstsein kommt eigentlich nicht heraus, dass er halt in dieser Gesellschaft lebt und sich selber auch fetischistisch verhalten muss, allein dadurch, dass er irgendwie Gebrauchsgegenstände mit Geld bezahlt. Also dieser Fetischismus der bürgerlichen Welt agitiert quasi durch den Vollzug der Gesetzmäßigkeiten, kapitalistische Produktion in gewisser Weise permanent für sich selber. Aber Antisemit muss niemand sein in dieser Gesellschaft. Also niemand kann einen Kritiker des Antisemitismus zwingen, jetzt aber trotzdem Antisemit zu sein und daran sieht man, in sehr kürzer Form gesagt, dass das eine Form von persönlicher Entscheidung ist, für die Leute dann auch zur Verantwortung gezogen werden müssen. Auch in Osteuropa könnte man doch auf diese hereinbrechende Moderne ganz anders reagieren und sich Wladimir Ilyich Lenin anschließen und sagen, nee, jetzt mache ich auch was anderes. Und der, also bei aller Problematik seiner Imperialismustheorie und so etwas, das war ein, also um auch mal was Positives über Lenin zu sagen, das war ein großer Agitator gegen den Antisemitismus. Der hat das Problem sehr gut erkannt, also sehr gut, wahrscheinlich übertrieben, er hat das als politisches Problem sehr gut erkannt, hat gesehen, der Antisemitismus in dieser Gesellschaft und sogar eine eigene Bewegung ist ein großes Problem, hat deswegen Reden aufgenommen, die, was damals gerade so revolutionär war, auf Schallplatten gedruckt wurden und damit im ganzen jungen Sowjetreich verbreitet wurden. Also das ist auch eine Form, wie man auf eine kapitalistische Moderne reagieren kann. Im Nahen Osten, glaube ich, das ist, also wie ich da so kurz interveniert habe, der Iran ist erstens kein arabisches Land und zweitens würden sich die Iraner sehr dagegen wehren, wenn man ihnen sagt, die Briten, ja, sie haben gleich beides gesagt, aber das ist auch wurscht. Okay, dann habe ich es falsch verstanden. Das Entscheidende ist, ich glaube, dass man, wenn man über die Entstehung des modernen arabischen und islamischen Antisemitismus redet, dass man das in einer ganz ähnlichen Art und Weise machen muss, wie wenn man über den europäischen Antisemitismus redet. Das ist nicht einfach irgendwie ein Import oder ein Export, wo irgendwie ein paar Intellektuelle in Ägypten gesagt haben, so, ach, jetzt übernehmen wir das mal aus Europa. Das gibt es ja, es gibt so Antisemitismusforscher, die vertreten diese Im- und Exportthese. Und natürlich gab es auch diesen Austausch, wir haben europäische Literatur gelesen, viele von denen, also von den eher pan-arabisch-nationalistisch orientierten Leuten, ich habe für Michel Laflac erwähnt, es gibt eine Reihe von anderen, orientieren sich gerade an diesen deutschen Nationstheoretikern, an Fichte und so etwas. Viel entscheidender ist aber die eigenständige, in Anführungszeichen, Leistung, die diese Gesellschaften machen und das ist ein ganz ähnlicher Mechanismus. In Ägypten sieht man das am deutlichsten. Die Muslimbrüderschaft, die mittlerweile ja jeder kennt, weil es in Ägypten heute an der Regierung ist, die gibt es aber eben nicht seit einem arabischen sogenannten Frühling, der auch eher ein islamistischer Winter ist offensichtlich, sondern die gibt es bereits seit den 20er Jahren. Und das ist genau die Zeit, wo diese gesellschaftlichen Umbrüche in Ägypten stattfinden, wo gesellschaftliche Konflikte ausgetragen werden. Und als Reaktion darauf, auf das Hineinbrechen einer kapitalistischen Moderne, in dieser Gesellschaft selber, vollbringt ein Teil dieser Gesellschaft als eine ganz eigenständige Leistung, wo sie die Europäer gar nicht groß zu gebraucht hätten, die Etablierung einer sehr modernen, wenn auch sich mit dem Islam begründenden, antisemitischen Ideologie und Praxis. Die Muslimbrüder gründen sich, der erste Theoretiker Hassan al-Banner, schreibt wüste antisemitische Pamphlete, und die werden auch in die Praxis umgesetzt. Es wird mehrfach das jüdische Viertel in Kairo niedergebrannt. Und das wendet sich auch gegen alle Formen von Emanzipationsbestrebungen. Die ägyptische Frauenbewegung in den 20er Jahren war total stark. Und das wurde von diesen Leuten als massive Bedrohung gesehen, hinter der sie aber, sie haben nicht nur die sich emanzipierenden Frauen gesehen, gab es heldenhafte Frauen, die sich an den Niel gestellt haben, ihr Kopftuch verbrannt haben und in den Niel geschmissen haben, und gesagt haben, hier, Schluss jetzt damit. Es gibt Berichte, wo gesagt wird, dass in den 20er Jahren in Kairo, das stimmt sicher nicht für ganz Ägypten, aber in Kairo weniger Frauen im Kopf durch rumgelaufen sind, als heute, 2013. Die Muslimbrüderschaft hat all das gesehen als einen Ausdruck von einem jüdischen Prinzip, gegen das man jetzt einen groß angelegten Dschihad, einen groß angelegten Kampf führen muss. Und das ist seitdem quasi die Ideologie dieser Leute, die ganz ähnlich wie in Europa eine projektive, wahnhafte Reaktion auf diese kapitalistischen Verwertungsmechanismen ist. Die späteren Ideologen haben das noch deutlicher ausgesprochen, Said Qutb, um das an einer Person ganz deutlich zu machen, nach Hassan Albana, der Chefideologe, nicht nur der ägyptischen Muslimbrüderschaft, sondern des gesamten weltweiten Dschihadismus. Also nicht nur für die sunnitischen Islamisten ist das die zentrale Bezugsperson, sondern zum Beispiel auch für die iranischen. Seine Werke wurden zum Beispiel ins Persische übersetzt, nicht von irgendjemand, sondern von Ali Khamenei, also dem heutigen obersten geistlichen Führer im Iran, der hat in den 60er Jahren diese Schriften von Said Qutb übersetzt. Und allein die Titel von diesen Schriften von Said Qutb sind auch nicht wahnsinnig interpretationsbedürftig, der spricht ziemlich offen auf, worum es geht. Eine seiner wichtigsten Schriften heißt Unser Kampf mit den Juden. Also das ist auch überhaupt nicht von Zionismus und von Israel oder der Unterdrückung der Palästinens oder irgendwie sowas die Rede, sondern Unser Kampf mit den Juden. Also ein ganz offener Antisemitismus. Affirmationen der bürgerlichen Gesellschaft. Du hast recht, ich nehme den kategorischen Imperativ von Adorno sehr ernst und das sollte eigentlich jeder tun und ich werde auch jetzt natürlich nicht den Fehler begehen, um zu versuchen, den zu begründen. Das Wesen von kategorischen Imperativen ist ja gerade, dass sie selbst evident sind und ich werde niemandem erklären können, der den nicht ernst nimmt, worum man das eigentlich machen sollte. Ich habe aber gleich, wie ich ihn erwähnt habe, versucht, auf den Bezug dieses Imperativs zum marxschen-kategorischen Imperativ hinzuweisen. Im Imperativ von Adorno selber steckt bereits genau die Kritik an der bürgerlichen Gesellschaft, wie du es genannt hast, bereits mit drin. Nämlich in diesem häufig übrigens weggelassenen Passage, wenn der zitiert wird, im Stande der Unfreiheit. Was heißt das denn, im Stande der Unfreiheit? Das heißt eben, wie ich das vorhin formuliert habe, dass der marxsche-kategorische Imperativ ja auch noch seiner Verwirklichung hart. Dass es natürlich weiter darum geht, alle Verhältnisse umzuwerfen, in denen der Mensch und so weiter. Also in denen es Menschen schlecht geht, in denen sie ausgebeutet und beherrscht werden. Um es in modernerer, weniger brummiger Sprache als die vom jungen Marx zu übersetzen. Die Frage aber nach dem Nationalsozialismus ist doch, ja, was tut man denn, wenn das nicht funktioniert? Kann man weiter, so wie vorher sagen, ja, wir machen halt Weltrevolution. Ja, kann man ja schon sagen, dass man die macht. Aber die Frage ist eben, und das wird in diesem adornischen-kategorischen Imperativ eben reflektiert, was man denn tun muss, solange das nicht funktioniert. Und das ist halt für die aktuelle Diskussion, aber auch für die Beurteilung des Zionismus und diese notwendige Solidarität mit Israel, die speist sich unter anderem daraus. Es ist, man könnte, man kann das hier, offensichtlich geht es dir ja um diese allgemeine Kritik an der bürgerlichen Gesellschaft. Man kann das natürlich ausgehen von einer allgemeinen Kritik an Staat und Kapital formulieren, warum es zwingend notwendig ist, irgendwie mit dem Staat Israel solidarisch zu sein. Wenn man sich das anguckt, merkt man doch, sieht man doch sehr deutlich, dass diese Form von Vergesellschaftung, den Antisemitismus immer wieder produziert. Also mit einer gewissen Notwendigkeit, diesen wahnhaften Versuch einer Konkretisierung des Abstrakten, was einer der zentralen Elemente von Antisemitismus ist, wahnhafte Konkretisierung von etwas Abstrakten, was als bedrohlich, als blutleer, als zersetzend und so wahrgenommen wird, das bringt diese kapitalistische Gesellschaft offensichtlich immer wieder hervor. Wenn das so ist, dann muss aber jede Kritik auch an dieser kapitalverwertenden und staatlich organisierten Gesellschaft sich das bewusst machen und die unmittelbare Reaktion gegen diesen Mechanismus, nämlich den Staat Israel, den Zionismus, selbstverständlich unterstützen. Was, um auch da nicht falsch verstanden zu werden, selbstverständlich eine Solidarität mit der israelischen Armee impliziert, weil wenn es das nicht hätte, dann wäre das dummes Gerede, weil nur durch eine, das weiß jeder gute Staatskritiker, nur durch die überlegene Gewalt kann so ein Staat überhaupt gegen seine Feinde aufrechterhalten werden. Man kann das aber eigentlich auch weglassen mit der Staats- und Kapitalkritik, weil man kann das für jeden Menschen begründen, warum man irgendwie mit dem Staat Israel sich solidarisch erklären muss. Also man kennt die Geschichte des Nationalsozialismus, die ganze Welt hat sich einen Dreck dafür interessiert, dass sechs Millionen Juden ermordet werden. Nach 1945 sind die Bedingungen, die dazu geführt haben, weiterhin in Kraft. Mehr noch sogar. Das hat ja in gewisser Weise Vorbildwirkungen gehabt. Die Nationalsozialismus ist eine schwere Verharmlosung. Die deutsche Volksgemeinschaft hat ja nicht nur bewiesen, dass man wirklich sechs Millionen Juden ermorden kann. Das hat sich niemand vorher vorstellen können, dass man das tatsächlich tun kann, dass man das macht, aus einem vollkommen auf die Spitze getriebenen, quasi ressentimenthaften Antikapitalismus heraus, der genau das versucht, nämlich dass dieses als bedrohlich wahrgenommene Amt-Kapitalismus in Juden Ding festzumachen, zu biologisieren und dann zu versuchen, in ihnen dieses Bedrohliche zu vernichten. Die Deutschen und ihre Hilfsvölker, muss man immer sagen, haben das getan. Und dann haben sie aber auch noch bewiesen, also nach der eigentlichen Katastrophe, Schoah heißt es auf jüdisch Katastrophe, nachdem die eigentliche Katastrophe stattgefunden hat, gab es dann nochmal sozusagen eine geschichtsphilosophische Katastrophe, weil sie nämlich vor der ganzen Welt auch bewiesen haben, dass man das ungestraft machen kann. Also es ist, den Deutschen ist nachher nichts passiert. Im Gegenteil, es gab ein Wirtschaftswunder. Mein Kollege Gerhard Scheidt hat das mal sehr schön auf den Punkt gebracht und hat gesagt, das eigentliche Wunder ist, dass aus der größten Vernichtung, die jemals stattfand, also die nationalsozialistische Judenvernichtung, der größte Wohlstand und Reichtum resultiert ist in Deutschland, zumindest in Westdeutschland, der jemals zu haben war. Und das zeigt der ganzen Welt, das ist eigentlich eine gute Sache, man kann was machen, es wird einem nichts passieren, wenn man so etwas tut, im Gegenteil, womöglich wird man nachher noch belohnt. Und das ist eine ziemlich katastrophale Ausgangslage, über die man sich aber bewusst sein muss. Das hat Vorbildwirkung so etwas. Das zeigt quasi antisemitischen Kollektiven in der ganzen Welt, ob sie nun staatlich oder subseudostaatlich, als, wie auch mein Kollege Gerhard Scheidt das auch immer sehr schön genannt hat, sozusagen als NGOs der Vernichtung organisiert sind. Es zeigt ihnen, dass das möglich ist und dass es letzten Endes auch niemanden interessiert. Und in Israel weiß man das sehr genau und deswegen gibt es diesen Staat und wird ihn auch weitergeben und er wird weiter für sich in Anspruch nehmen, dass er, so weit es eben geht, eigenständig darüber entscheidet, wie er sich gegen seine Feinde zur Wehr setzt. Das geht übrigens leider manchmal nicht so eigenständig, wie man sich das selber wünschen würde und wie die Israelis immer behaupten, dass sie das können, denn sie leben immer in der Abhängigkeit als sehr kleines Land, das hier relativ wichtige, große, mächtige Verbündete braucht und so ein bisschen auf die Rücksicht nehmen müssen. Die USA zum Beispiel. Und die USA erklären den Israelis manchmal ziemlich schlimme Sachen, was sie machen sollen, egal ob demokratische oder republikanische Regierungen und hindern die Israelis an der wirklich souveränen Ausübung ihrer Souveränität. Das sind aber die Bedingungen, unter denen Israel halt agieren muss, leider. Ich glaube, jetzt war der Kollege Feuer. Es gab haufenweise Gruppen und es gab sogar die Bedingungen. die überwiegende Mehrheit jener Leute, die gegen Assad gekämpft haben, auf die man sich sehr stark nicht nur hätte beziehen müssen, sondern die man massiv hätte unterstützen müssen, die man hätte Waffen liefern müssen, die man sehr früh dabei hätte unterstützen müssen, militärisch das Assad-Regime zu beseitigen. Und es ist eine, ich nehme absichtlich so ein Wort in den Mund, es ist eine Katastrophe und eine Tragödie, dass das nicht passiert ist. Denn mittlerweile ist es so, dass das, was am Anfang alle gesagt haben, als Begründung dafür, warum man die Aufständischen nicht unterstützt, was damals nicht gestimmt hat, was einfach eine Lüge war, nämlich, dass das alles üble Dschihadisten sind mit Al-Qaida-Kontakten. Das hat nicht gestimmt, das hat über Monate lang hinweg nicht gestimmt. Das stimmt heute weitgehend. Aber warum? Weil der Westen sich schlicht und einfach geweigert hat, diese Leute zu unterstützen. Es gab nichts. Diese Leute haben am Anfang ja gewaltlos weitgehend sogar gegen diese Assad-Schergen irgendwie versucht, zu produzieren und zu kämpfen. Die haben sich monatelang erschießen lassen, niedermetzeln lassen, foltern lassen, vergewaltigen lassen. Und irgendwann haben sie angefangen, das geht nicht. Man muss sich gewaltsam, militärisch dagegen zur Wehr setzen. Und das sind diese ganzen Volkskomitees, Dorfkomitees, wie sie sich auch immer genannt haben, gewesen. Das waren natürlich überhaupt keine üblen Islamisten. Es gab so gut wie keine Al-Qaida-Strukturen in Syrien. Es gab so gut wie keine Al-Qaida-Unterstützer innerhalb der syrischen Bevölkerung. Die waren völlig irrelevant. Die sind dadurch relevant geworden, dass es irgendwann einen Zeitpunkt gab, wo die salafistischen Gruppierungen, die salafistischen Regierungen insbesondere, Saudi-Arabien, Katar, Unmengen von Geld und Waffen in dieses Land reingepumpt haben. Und natürlich an wen? Naja, an die kleinen Gruppierungen, die genau ihre Politik verfolgt haben. Und die, wie auch immer orientiert, pro-westlich, pseudo-liberal, gemäßigt, islamisch, wie auch immer man das nennen mag, und da gibt es die ganze Bandbreite, ist im Westen hausieren gegangen, hat gefläht und gebettelt und hat genau das gesagt. Er hat gesagt, wenn das so weitergeht, wenn ihr uns nichts gebt, wenn ihr uns keine Waffen gebt, mit denen wir uns wehren können, gegen diese permanenten Angriffe der Assad-Schergen und Milizen und der Armee, dann werden irgendwann nur diese sehr gut ausgebildeten, mittlerweile auch kampfverfahrenen Dschihadisten übrig bleiben und dann wird sich die Bevölkerung denen immer weiter annähern, selbst wenn sie sie ideologisch hasst und überhaupt nicht haben möchte. Aber wir haben eine Kriegssituation und irgendwann wird man sich an die Seite von denen stellen, die diejenigen sind, die für einen kämpfen. Und heute ist die Situation so, dass in großen Teilen dieses Widerstandes die übelsten sunnitisch-orientierten, salafistisch-orientierten dschihadistischen Gruppierungen dominieren. Und jetzt fängt der Westen langsam an zu sagen, ja, jetzt liefern wir mal vielleicht Waffen. Es ist ein vollkommener Irrsinn, es ist wirklich eine Tragödie, was da in den letzten zwei Jahren in Syrien passiert ist. Und das war sehenden Auges. Es gab genug Leute, die den westlichen Staaten, insbesondere der EU und den USA, genau das gesagt haben, das vorhergesagt haben. Übrigens sind sehr viele israelische Beobachter auch. Die Israelis ansonsten, weil das ja auch in der Frage vorkam, positionieren sich mehr oder weniger gar nicht in diesem Konflikt, sondern sagen, wir werden dann eigenständig agieren, wenn wir sehen, da passiert etwas, was eine deutliche Machtverschiebung bedeuten würde, was eine massive Aufrüstung des Waller bedeuten würde. Das werden wir nicht hinnehmen. Wer das versucht, muss damit reichnen, dass wir mit, auch wenn es sein muss, massiven Militärschlägen dagegen vorgehen. Sie sind, das mag vielleicht komisch klingen, aber für den Nahen Osten ist das tatsächlich so, Sie gehen dabei sehr vorsichtig vor. Also Sie haben ja zum Beispiel in Ihren Pressemitteilungen vollkommen zu Recht betont, dass Sie keinen syrischen Luftraum verletzt haben bei Ihren Aktionen. Sie haben einen libanesischen Luftraum verletzt und haben von da aus Raketen geschossen, was aber durch UN-Resolutionen gedeckt ist. Die Argumentation der Israelis ist vollkommen zu Recht. Ich fände übrigens auch das richtig, wenn das nicht durch UN-Deklarationen gedeckt werde, es ist es aber in dem Fall tatsächlich, weil, solange die libanesische Regierung weder willens noch in der Lage ist, die Hisbollah zu entwaffnen und im Schach zu halten, sind die Israelis befugt, in gewisser Form eigenständig dagegen vorzugehen. Und genau das haben sie gemacht. Ansonsten, wenn man in Israel mit Leuten Gespräche führt, gibt es die überwiegende Mehrheit der durchaus maßgeblicheren Leute, die selbst jetzt noch sagen, Assad muss weg. Und das im Wissen darum, dass mittlerweile dieses Kräfteverhältnis bei den Kräften, die gegen ihn kämpfen, sich sehr negativ verschoben hat, hin zu diesen fürchterlichen islamistischen Kräften. Warum sie das sagen, daran sieht man nur noch mal, wie zentral diese iranische Bedrohung gesehen wird. Da schlägt dann sozusagen der israelische Pragmatismus durch, der absolut notwendig ist, wenn man sich da in so einem Land, in so einer Gegend, in so einer feindlichen Umwelt über Jahrzehnte behaupten möchte. Die Analyse ist seit fast 20 Jahren, dass eigentlich die existenzielle Bedrohung, die für uns dort heraufträunt, ist das iranische Nuklearwaffenprogramm. Und das ist etwas, mit dem wir nicht leben können, mit dem wir nicht klarkommen. Wo wir, wenn das einmal existiert, eigentlich nicht mehr so genau wissen, was wir jetzt eigentlich machen sollen. Und deswegen müssen wir das mit allen Mitteln verhindern. Das heißt, es könnte irgendwann dazu kommen, dass es aufgrund dieses Nuklearprogramms zu einer militärischen Konfrontation mit dem iranischen Regime kommt. Wenn das ist, dann will man nicht, dass Assad noch an der Macht ist. Weil diese sogenannte Achse des Widerstands, das war in erster Linie iranisches Regime, Assad als eigentlicher, einziger noch staatlicher Akteur und die Hisbollah. Und dann hat sie diese kleinere NGOs der Vernichtung wie der Islamik-Dschihad, zeitweise die Hamas, mittlerweile nicht mehr so ganz, weil sie sich wieder mehr Richtung sunnitischen Islamisten orientieren. Aber man will auf jeden Fall, dass dort kein Assad-Regime mehr ist, was über eine durchaus schlagkräftige, konventionelle Armee und über nicht konventionelle, durchaus auch für Israel sehr bedrohliche Kampfschraube verfügt, dass der dann noch an der Macht ist. Und vor dem Hintergrund würden wahrscheinlich die Mehrheit der israelischen Entscheidungsträger sogar heute noch sagen, das ist der wichtigste Punkt, Assad soll weg. Ja, dann wird das, ich weiß nicht, kommt vielleicht die Muslimbruderschaft in Syrien an die Macht oder noch was Ekligeres, ja, okay, da kümmern wir uns dann danach drum. Also das ist so ein bisschen Position, ja, wir sind sowieso von lauter feindlichen Staaten umgeben und kennen das seit 60 Jahren, da kommen wir schon irgendwie mit klar. Womit wir nicht klarkommen, ist diese iranische Betreuung. Ich glaube, da waren noch zehn Fragen, die ich eigentlich auch stellen wollte. Möglichst kurz und knapp, ich glaube, in einer viertel Stunde müssen wir bald aufbrechen, dann kommt der Hausmeister. Trotz aller grausamen Entwicklung in Syrien und der nicht vorhandenen Intervention von westlichen Staaten, was bestehen heute quasi für Interventionsmöglichkeiten, und die Entwicklung in Syrien bewegt sich darauf zu, dass, wenn nur auch der Assad-Plan ausdient, definitiv Islamisten das neuere überlegen. Ich bin ein unglaublich schlechter Militärstratege, insofern sollten Sie irgendwie eine Anfrage ans Oberkortier der NATO oder so schicken, die sollten das eigentlich besser wissen. Aber ja, wenn Sie mich fragen, natürlich wird es darum gehen, die Fehler in den letzten zwei Jahren möglichst noch irgendwie, also wiedergutmachen kann man die gar nicht, aber so ein bisschen auszubessern und halt jetzt die Gruppierung, die es natürlich immer noch gibt, die überhaupt keinen Bock darauf haben, zusammen mit diesen fürchterlichen Islamisten gegen Assad zu kämpfen, dass man die massiv unterstützt und fördert. Und sagt, hier, ihr habt die Waffen, jetzt könnt ihr auch kämpfen. Es gibt großartige Interviews mit solchen Leuten, die klipp und klar sagen, okay, jetzt sind wir in der Situation, wir können gar nicht anders, als mit diesen Leuten zu kämpfen. Wir bereiten uns jetzt schon darauf vor, dass nach dem Sturz von Assad wir mit diesen Leuten werden kämpfen müssen. Wir wissen ganz genau, die verschwinden nicht von alleine. Die müssen wir dann auch noch fertig machen. Ja, dabei, genauso wird es sein und dabei muss man diese Leute unterstützen. Ich hätte gerne Sie mal gefragt, ob es denn da, ob es irgendwelche Punkte gibt, die Sie die israelische Politik als problematisch bezeichnen würden. Meinen Sie die israelische Politik? Ja. Ja, und vielleicht auch im Sinne von irgendeiner Meditation, Meditation. Ja, warum wollen Sie da, dass in keinem, also wie es nicht rausgekommt, oder in einem Wort, genau anzusprechen, dass es viel Leid geben auf beiden Seiten ist. Ich weiß nicht, Sie hatten es im Vorhang, glaube ich, zu erinnern, kurz haben wir gesagt, wo unschön Israel irgendwie agiert hätte. Sie meinten dann, Sie würden da noch reingehen, dass es nicht so ist. Ja, aber die Frage auf der Frage, ob es irgendwie irgendwelche problematischen Aktionen gibt, weil es nicht so ist, sei es nicht so ist, sei es jetzt, es ist ja nicht so ist, es ist ja nicht so ist, es ist ja nicht so ist, oder ist das generell nicht so? Also die Art und Weise der Fragestellung erinnert mich ein bisschen an meinen letzten Vortrag in Hamburg, da war ich beim Erfamilischen Kirchentag. Da denken Sie auch immer um Mediation und Leid auf allen Seiten und so, aber wurscht. Es gibt zwei Möglichkeiten, darauf zu antworten. Ich versuche es nur mit beiden. Natürlich gibt es haufenweise Sachen, die Israel falsch macht. Nur das wollen Sie wahrscheinlich nicht hören, was ich jetzt als erstes sage. Nämlich zum Beispiel die Art und Weise des Rückzugs aus dem Gaza-Streifen halte ich für fatal. Das war eine der schlimmsten Entscheidungen, die die israelische Regierung in den letzten Jahren getroffen hat. Übrigens wieder dem vorausgegangen ein massiver Druck aus den USA, nämlich Condoleezza Rice, also die Außenministerin vor George Bush. Die hat die Israelis dazu gezwungen, mehr oder weniger, die Hamas zu wahlen zuzulassen. Ein katastrophaler Fehler. Die Art und Weise des Rückzugs der Israelis dann aus dem Gaza-Streifen halte ich für einen katastrophalen Fehler. Die Art und Weise, wie Israel mit Islamisten im eigenen Land, also nicht im Gaza-Streifen und im Westjordanland, sondern im israelischen Kernland umgeht, halte ich für viel zu zurückhaltend. Ich glaube, dass in diesen Punkten die israelische Gesellschaft sich eine Art von Liberalität leistet, die zwar bewundernswert ist, aber die in vielen Punkten Falsches. Es gibt so etwas wie das Islamic Movement in Israel. Die treten zu den Knesset-Wahlen an. Die haben Abgeordnete im israelischen Parlament. Also, wenn es nur mir ginge, würde so eine Partei nicht zu den Wahlen zugelassen werden, allein schon aufgrund der Sachen, die sie irgendwie über Frauen und Homosexuelle sagen, aber insbesondere auch, was sie über den jüdischen Staat sagen. Wie gesagt, ich vermute, das ist nicht das, was Sie hören wollen, aber das ist so, das reizt natürlich so ein bisschen, weil natürlich bekommt man, wenn man so Dinge versucht so auszuführen, wie ich das mache, ständig die Frage, ja, hast du denn überhaupt nichts an der israelischen Politik auszusetzen? Doch, haufenweise, ja. Aber Sie meinen, Sie wollen natürlich auf etwas anderes hinaus. Sie wollen natürlich darauf hinaus, auf das Leid. Das wäre noch mal eine andere Frage, glaube ich, ich versuche mal bei der ersten noch zu bleiben. Für all das, was ich hier gesagt habe, auch auf dieser grundsätzlichen Ebene, warum ich sowas wie eine Solidarität mit Israel, was die israelischen Verteidigungsschreitkräfte notwendigerweise mit einschließt, warum ich das so vehement betone, einfordere und versuche dafür zu argumentieren, sowohl von einer allgemein materialistischen Kritik aus, als auch vollkommen jenseits von der, dafür braucht man sich keine Sekunde darüber hinwegzutäuschen, was konkret die Ausübung dieser Staatsgewalt bedeutet. Und das ist fast mit einer Notwendigkeit, bei einem durch die äußeren Feinde aufgezwungenen, aufgenötigten, sehr großen Sicherheitsapparat, also sowohl Polizei als auch Militärapparat, fast notwendigerweise auch zu mitunter grauenerregenden Übergriffen kommt. Dafür soll und muss man sich keine Sekunde lang blind machen. Die Frage ist nur mal, was heißt das? Kann man ausgehen davon, dass man sagt, es gibt solche Übergriffe, es gibt selbstverständlich Fehlverhalten von israelischen Soldaten, das wird dann oft mal zur Anzeige gebracht und es gibt Gerichtsverhandlungen, sehr oft gehen die aber auch nicht wahnsinnig streng dagegen vor und da gibt es haufenweise Mängel. Es gibt ein gewisses Vorgehen von, ich wundere mich, warum die Frage noch gar nicht kam, was ist eigentlich mit den Siedlern? Es gibt ein Vorgehen von Teilen der israelischen Siedlerbewegung von sehr radikalisierten Nationalreligiösen, die, also die sind nicht nur ein Problem für die palästinensische Bevölkerung, die von denen vollkommen grundlos attackiert wird, sondern die sind vor allem ein Problem für die Souveränität des israelischen Staates, weil sie nämlich das Gewaltmonopol dezidiert in Frage stellen und das in einer immer wirklich frecheren Art und Weise tun in den letzten zehn Jahren und wo die Armee und die Staatsführung jahrelang versäumt hat, da aktiv gegen vorzugehen, da gab es Morde von israelischen Siedlern an Palästinensern, die Leute sind erst gar nicht vor Gericht gestellt worden, dann gab es einen Gerichtsprozess, dann sind sie zu anderthalb Jahren verurteilt worden dafür und sind nach drei Monaten wieder rausgekommen, das gibt es alles. Nur was sagt uns das über das Wesen des Zidronismus? Erstmal gar nichts, sondern das sagt uns, ja, dass in diesem Land, was aus den Gründen unbedingt existieren muss, genau die Fähigkeiten haben muss, sich gegen seine Feinde zu Wert zu setzen, passieren Dinge, die man nicht mag und die innerhalb der israelischen Gesellschaft selber ja auch in einem permanenten Prozess von Selbstkritik und Selbstreflexion selbst kritisiert werden und selbst reflektiert werden. Es mag manchmal zu wenig sein und zu ungenügend und so etwas, aber das ändert nichts an der Sache. Bei sehr vielen von diesen Dingen, worüber man in Deutschland so gerne redet, weil da redet man ja bekanntlich nur über das, worauf sie jetzt hinaus wollen und nie über das, was ich die ganze Zeit versuche zu sagen, ja, zum Beispiel so etwas wie das Leid, was an Checkpoints existiert, ja, da muss man sich immer erst mal fragen, warum gibt es denn eigentlich Checkpoints? Weil die Israelis so gerne Checkpoints bauen? Natürlich nicht, sondern weil es kassinländische Terroranschläge gibt. Warum gibt es denn diese Schutzanlagen, ja, die in vielen Punkten natürlich zu fürchterlichen Situationen führen, wo dann die Bauern nicht mal auf ihr landen können? Alles, was es da so gibt, wobei auch da wieder die Hälfte von dem, was in Europa erzählt wird, einfach nicht stimmt, aber die andere Hälfte stimmt halt weitgehend schon und das führt zu sehr unangenehmen Situationen für Teile der palästinensischen Bevölkerung, aber auch da ist wieder die Frage, warum gibt es eine Schutzanlage? Die gibt es, weil im Zweiten Intifada über 1000 Israelis ermordet wurden bei Selbstmordanschlägen und über 8000 schwer verletzt wurden und seitdem diese Schutzanlage dort steht, fast kein einziger Selbstmordattentäter mehr durchgekommen ist. Also, kein palästinensischer Terror, dann brauchst du auch keine israelischen Schutzmaßnahmen und bei diesen Schutzmaßnahmen kommt es zu diesen Übergriffen, zu diesen Fehlverhalten, über das wir da gerade kurz geredet haben. Also auch da kann man nie irgendwie Ursache und Wirkung auseinanderreißen, sondern muss sich schon überlegen, ja, warum gibt es das? Über diese ganze Frage, die dann natürlich, jetzt reiße ich sie selber gleich noch an, weil das wahrscheinlich dem einen oder anderen ja hinter den Egen bringt, wie ist das mit den Siedlungen und so weiter und so fort? Das sind letzten Endes Dinge, die muss die israelische Gesellschaft entscheiden und mit sich ausmachen. Und das ist ein riesiges komplexes Thema. Ich weiß nicht, ob die St. France da auch zum Verkauf liegt, eine großartige Zeitschrift für Ideologiekritik, die ansonsten, nicht heute, aber ansonsten beim Sa'i Raffa lag und auch in Buchhandel jederzeit erwerbbar ist. Da gibt es einen sehr ausführlichen Beitrag von mir über die letzten 20 Jahre eines sogenannten Friedensprozesses, wo es genau um diese Frage geht, wie ist das eigentlich mit den Siedlungen? Wenn man in Deutschland darüber redet, muss man als allererstes mal klarstellen, es ist ein harmebüchner Unsinn, wenn immer alle behaupten, das sei das zentrale Hemmnis für einen Frieden im Nahen Osten. Das stimmt schlicht und einfach nicht. Das zentrale Hemmnis für einen sogenannten Frieden, in Wirklichkeit würde es um so etwas wie einen Ausgleich, einen Kompromiss gehen, der die Misere ein bisschen besser verwaltet, was heißen würde, weniger Leid auf beiden Seiten, das Haupthindernis dafür ist der grassierende Antisemitismus in der Arabischen, der Palästinensischen und den Islamischen Gesellschaften. Die Weigerung von sehr großen Teilen dieser Bevölkerung und insbesondere der Regierung, der politischen Vertretungen, einen Staat Israel als jüdischen Staat wirklich anzuerkennen. Das ist das Haupthindernis für den Frieden. Wenn das weg ist, wenn es wirklich eine Möglichkeit gäbe von einem Frieden in sicheren Grenzen, der verteidigbar ist, haben sie bis heute eine fast Zweidrittelmehrheit der israelischen Bevölkerung, die sagt, ja, dann werden wir schmerzhafte Kompromisse machen müssen und sehr viel vom Westjordanland aufgeben und so weiter und so fort. Und selbst da müsste man dann wieder als nächstes fragen, ist das wirklich so eine gute Idee? Weil, was passiert denn dann? Dann gibt es einen palästinensischen Staat, wie schaut der denn aus? Da würde ich dann gleich nochmal, das ist vielleicht ein guter Abschluss zum Anfang eines Referats, an den Satz von Max Horkheimer erinnern, dass die Souveränität eines Landes nicht gleich bedeutet ist mit der Freiheit, die in ihm leben. Und das, befürchte ich, müsste man sich gerade auch in Bezug auf einen palästinensischen Staat doch nochmal in Erinnerung rufen. Es gibt Gründe, warum palästinensische Schwule nach Tel Aviv fliehen, weil sie in ihrer eigenen Gesellschaft, ihres Lebens heute schon nicht sicher sind. Die werden in Israel auch dann sehr schlecht und kritikwürdig behandelt, aber das ist ein anderes Thema. Das deutet nur darauf hin, naja, für den einen oder anderen Palästinenser wäre ein souveräner palästinensischer Staat vielleicht überhaupt keine Verbesserung seiner Lebenssituation, sondern ganz im Gegenteil lebensbedrohlich. Wir hätten vielleicht für eine letzte Frage noch Zeit. Ja, also das ist natürlich dikokratisch, aber Sie haben es vorhin angesprochen, wie hätten sich denn die alliierten... Hippokratisch, das war doch dieser Eid. Ja, ja, ja. Wie hätten sie halten sollen, was 1945 gegenüber des siebten deutschen Reich? Damit es eben nicht dieses von Ihnen angesprochene nicht abschreckende Beispiel ist. Das ist hypothetisch, meinen Sie wahrscheinlich. Das ist eine müthige Diskussion und es geht überhaupt nicht darum, dass ich da jetzt meine Rachefantasien ausbreite, die ich aber ansonsten übrigens für sehr legitim halte. Es geht mir darum, zu konstatieren, was passiert ist. Die Geschichte ist so gelaufen, es ist nichts passiert. Es hat, glaube ich, keinen Sinn, dass man jetzt da über... Es gab alternative Modelle, es gab Leute bekanntlich, die gesagt haben, also zum zweiten Mal, dass die Deutschen irgendwie einen Weltkrieg vom Zaun brechen und dieser zweite war, entschuldigen Sie, wenn ich das so verlob sage, ein Zacken Ärger noch als der erste. Die Deutschen haben bekanntlich nicht nur irgendwie sechs Millionen Juden ermordet, sondern darüber redet man mittlerweile ja gern ganz viel in Deutschland, sogar wahnsinnig viel. Man hält sich für so eine Art Aufarbeitungsweltmeister mittlerweile. Also man hat nicht nur das größte Menschheitsverbrechen begangen, jetzt ist man auch noch irgendwie wahnsinnig gut dabei, das aufzuarbeiten und kann das jetzt auch noch exportieren und jetzt den Tschechen und Israels erklären, wie die sich gefälligst mit ihrer Vergangenheitspolitik beschäftigen sollten. Das kann ich jetzt nicht weiter ausführen. Das kann man, was ich dazu gern noch sagen würde, kann man in diesem sehr günstig zu erwerbenden Sammelband nachlesen. Worüber sehr wenig zum Beispiel geredet wird, ist, dass der Feldzug im Osten, an dem sich die beliebtesten Politiker Deutschlands beteiligt haben, nämlich Richard von Weizsäcker und Helmut Schmidt und zwar nicht als kleine, irgendwie drangsalierte Wehrmachts Soldaten, sondern als Offiziere der Wehrmacht. Die waren an der Ost-Nuron-Leningrads beteiligt, die beiden. Da sind über 1,1 Millionen Menschen zum Opfer gefallen und insgesamt hat die deutsche Volksgemeinschaft in diesem Vernichtungstrieg über 20 Millionen Sowjetbürger dahin gemetzelt. Danach kann man schon mal auf die Idee kommen, ob das echt noch so eine gute Idee ist, wenn der Staat Deutschland weiter existieren soll. Also das ist eine so naheliegende Vorstellung, dass man das zumindest mal in Frage stellen sollte und sich mal überlegen sollte, okay, hm, ja, und es gab solche Pläne, es gab die Überlegung, dass das auf alle Zeiten entmilitarisiert sein muss, war aufgrund der Konstellation des Kalienkrieges auch wieder schnell vom Tisch, es gab Überlegungen, dass es wenigstens deindustrialisiert sein soll, aus der Erfahrung heraus, dass dieser unglaubliche Vernichtungskrieg im Osten einfach auch nur durch ein wahnsinniges Industriepotenzial überhaupt geführt werden konnte. Wenn man ja sagen kann, ja, dann ist damit mal wenigstens Schluss. Es gab ja auch viel mehr Pläne für die Aburteilung von NS-Kriegsverbrechern, ja, die weit über das hinausgegangen sind, was dann leider nur passiert ist, die sehr schnell als Akta gelegt wurden und größtenteils einfach aus der Konstellation des Kalienkrieges heraus, weil man fatalerweise, würde ich sagen, dann irgendwie gemerkt hat, okay, der neue Hauptfeind ist die Sowjetunion, da kennen die Deutschen sich ganz schön gut aus, wie man die bekämpft und man deswegen schon mal allein den halben Geheimdienst und die ganzen Raketentechniker und so weiter und so fort halt für die eigenen Zwecke haben wollte und deswegen sehr schnell aufgehört hat mit dieser halbwegs konsequenten Verfolgung von den Straftaten oder auch überhaupt nur der Aufklärung von diesen Straftaten, ist ein absurdes Wort, also von diesen Massenmorden, ja, und all das ist eine Katastrophe für die heutige Situation, dass das so gewesen ist. Gibt es so einen... Ja, also wir können jetzt noch hart fragen, wenn man den Stamm beseitigt, löst das nämlich die Probleme? Macht das die Leute nicht noch feindseliger? Nein, erstmal muss man sie erst mal muss man sie daran hindern, oder hätte man sie daran hindern müssen, dass sie jemals wieder so etwas tun? Man muss ihnen die Mittel nehmen. Und dann geht es natürlich letzten Endes, es gibt da auch noch diese sehr guten Stellen, wo er sagt, es geht um die Wendung auf die Leute selber, man muss ihnen im Prinzip letzten Ende, es würde es darum gehen, dass es sowas wie eine... hätte es sowas wie eine kollektive und individuelle Selbstreflexion geben müssen. Man hätte... diese Leute hätten unglaublich erschrecken müssen selber vor dem, was sie da angerichtet haben und getan haben. Und auch das gab es nur in Ansätzen. Dazu hätte man sie mehr oder weniger zwingen müssen, ja, diese sogenannte Re-Education, die es gab, anders an die Band von mir dort, 10 statt 14 Euro, heißt im Untertitel, nein, heißt im Titel Feindaufklärung und Re-Education. Diese in Ansätzen Versuche, die es gegeben hat, dass man sagt, man muss den Leuten, also wenn man mit denen jetzt doch eine neue Staat, ein neues Deutschland aufbauen möchte, ja, gerade die Amerikaner und die Briten haben sowas versucht, da muss man denen wenigstens mal sowas wie demokratisches im Sinne von liberal westlich orientierten, demokratisch rechtsstaatlichen Bewusstsein beibringen, ja, Bildungsprogramme aufgelegt, hat versucht, auf die Lehrpläne Einfluss zu nehmen, die, die wenigen jüdischen Intellektuellen, die zurückgekommen sind nach Deutschland, wie Adorno und Horkheimer, aber eine Reihe von anderen auch, die ganzen Politikwissenschaftler, die am Otto-Suhl-Institut damals gesessen sind, haben sich genau darüber Gedanken gemacht, die wussten ganz genau, um was für eine Gesellschaft sich zurückkommt. Eine Gesellschaft, die bis zum 8. Mai dem Führer die Stange gehalten hat. Eine Gesellschaft, die, nachdem sie den Krieg eigentlich schon längst verloren hatten, mit dem Massenmord an den Juden erst so richtig losgelegt hat, so richtig angefangen haben. Das wusste man. Eine Gesellschaft, die massenhaft beteiligt war an diesen Verbrechen, ja, und wo alle mehr oder weniger wussten, was da für Verbrechen begangen wurden. In die Gesellschaft kommt man zurück und natürlich wusste man, dass sie sich nicht von heute auf morgen ändern und man hat also versucht, sich irgendwie zu überlegen, wie kann man das so bekommen. Das ist dann später Leute wie Horkheimer ja auch von diesen, linksradikal kann man nicht sagen, diesen links razzekalen Studenten der 68er-Bewegung ja scharf angekreidet worden. Der hat sich zum Beispiel, der saß dann zeitweise in Planungskommissionen für die deutsche Bundeswehr. Die sagt, ah, mit dem Militär darf man nie zusammenarbeiten und so. Das war aus der Überlegung heraus, dass man sagt, okay, es gibt diese deutsche Bundeswehr jetzt. Hätte man vielleicht auch gleich drüber bleiben lassen sollen, also nie wieder solche Soldaten und so. Jetzt war die Situation so, die Amerikaner haben aus naheliegenden Gründen das einem doch gewollt. Dann muss man wenigstens dafür sorgen, dass nicht das passiert, was natürlich trotzdem passiert ist, weil Horkheimer da total ohnmächtig war, dass die ganzen alten Nazis das Offizierskorps stellen, sondern man braucht neue Offiziere, die mit einem ernsthaft demokratisch westlich orientierten Bewusstsein an sowas herangehen. Und darum hat er sich hingesetzt und gesagt, hier, ich arbeite euch jetzt mal so eine Art Education Program für die zukünftigen deutschen Offiziere aus. Das war der Grund, warum sie in den Universitäten versucht haben. Denen wurde ja auch immer vorgeworfen, dass die irgendwie unbeteiligt in einem Elfenbeinturm geschwebt seien und sich nur noch mit Philosophie beschäftigt hätten. Hanebüchen, da Quatsch. Die haben ganz unmittelbar in allen möglichen gesellschaftlichen Bereichen versucht zu intervenieren. Wo konnten sie das am besten? An den Universitäten, wo sie Professoren waren, wo sie sich aufgerieben haben, um die alten Nazis von den Lehrstühlen wenigstens in einigen Fällen zu vertreiben. Dafür zu sorgen, dass eben nicht in der Soziologie, in der Medizin, also in so gut wie allen Fächern, die alten Nazi-Professoren sind, sondern neue Leute reinkommen. Die den Leuten was anderes beibringen. Das ging alles in die richtige Richtung, nur war alles viel, 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 viel zu wenig. Und die Art und Weise, wie das dann heute, wie man sich einbildet, man hätte das jetzt nachgeholt, das ist das also mit eigentlich der Gipfel der Ekelhaftigkeit. Wie gesagt, dass man mittlerweile beschweigt, also gibt es nicht mehr so diese Abwehrmechanismen, die Adorno noch beschrieben hat, noch in den 50er und 60er Jahren. Dieses Totschweigen, dieses einfach relativierende NS- Verbrechen, mittlerweile geht das in die Richtung, was ich vorhin angedeutet habe, man ist stolz darauf, wie intensiv man sich angeblich irgendwie mit dem Nationalsozialismus beschäftigt hätte. Das Ergebnis davon ist, dass man den Fernseher überhaupt nicht mehr anschalten kann, ohne dass einem irgendwie so ein Historiker, Darsteller wie Guido Knopp etwas über Hitlers Helfer, Hitlers Frauen, Hitlers Hunde, Hitlers Krieger, Hitlers weiß ich nicht, was erzählt. Das ist also ein unglaubliches Dauergespräch über gewisse Aspekte der NS-Vergangenheit, was so ein bisschen in die Richtung geht, über alles permanent zu reden, um ja nichts zu begreifen. Also dieses Dauergespräch darüber ist selber zu einer Art Abwehrinstrument geworden, um sich wirklich damit zu beschäftigen, was da passiert ist. Eins der Paradebeispiele dafür ist dieses grauenhaft, dieser grauenhaft infame Dreiteiler, unsere Väter, nein umgekehrt natürlich, unsere Mütter, unsere Väter, der da irgendwie vor ein paar Wochen im Fernsehen gelaufen ist, vor allem mit einer unglaublichen Begleitung von, weiß ich nicht, Günther Jauch, Malte, Willner, Anne Will, Markus Lanz und allem, was es da sonst noch so gibt, die dann in einer Art, also wo man sozusagen den aktuellen Stand der durchgesetzten Vergangenheitspolitik in Deutschland beobachten konnte und der ist, also das ist erschütternd, was man da vorgesetzt bekommt. Und das ist doch vielleicht ein gutes Schlusswort, das ist erschütternd, es sollte nicht so bleiben und vor allem muss man was gegen das iranische Atomprogramm machen. Informieren Sie sich über unsere Kampagne Stop the Bomb, wir freuen uns über jegliche Form von Unterstützungen, ich garantiere Ihnen, es gibt, Sie wissen, dass es ja auch Städtepartnerschaften gerade in dieser Stadt mit Städten gibt, die unter der Herrschaft des iranischen Regimes stehen, aber es gibt ganz sicher auch ein paar Industrieunternehmen, Freiburg die Geschäfte mit dem Iran machen und sowas sollte man wenigstens mal in die Öffentlichkeit zerren, damit man diesen winzigen kleinen Beitrag gegen diese grauenhafte Kooperation mit den Islamfaschisten leistet, den man halt leisten kann. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Applaus Applaus